Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Was für ein... 3-2-2-4 Union nach 0-2-2-Rückstand. Das ist mega. Und Tendl die Chance, man. Mit dem Tor. Ja, Malga! Ja! Moin, Dienstag, 7. August. 2018, etwa 19.10 Uhr. Es ist der Milan-Ton Nummer 56. Und wir sitzen nicht im Konferenzraum der Fanräume, sondern im Saal der Fanräume. Wir haben einen leichten Widerhall. Und das insbesondere deswegen, weil wir heute Publikum da haben. Das klappt natürlich nur so gut, weil wir das vorhin nicht abgesprochen haben, sondern weil das jetzt so spontan kam. Fantastisch. Und ja, mein Name ist Maik und ich sitze hier auf dem Podium mit fünf anderen jungen, dynamischen Herren und die stelle ich jetzt in der Reihe nach mal vor. Fange ich zu meiner Linken an. Tim. Wobei ich ja gehört habe, dass in drei Wochen hier die Person rechts neben mir gar nicht mehr so jung und dynamisch ist. Wird ja 30. Ja, ja, wird 31. Justus wird 31. Ja, ich bin jung und dynamisch. Ich bin auch erfrischt, weil ich war, bis vor einer Woche war ich bei tatsächlich vier Grad Wind und Regen. Glaubt mir keiner. Jetzt sag, wo du warst. Ja, ich war in der sibirischen Arktis und da war tatsächlich vier Grad Wind und Regen. Morgens mal ein bisschen Schnee, am späten Nachmittag. Ich meine, die Sonne steht da immer, weil es ist ja Polartag, aber am späten Nachmittag war es dann irgendwie bei sechs Grad und es war immer schön windig und ich hatte auch so einen Vollbart und auch echt lange Haare und dann bin ich hierher gekommen und bin fast umgefallen und dann habe ich morgens habe ich mir erst mal alles abrasiert und dann, weil meine kleinste Tochter, die hat mich sowieso nicht wiedererkannt. Die dachte sowieso, was ist denn das für ein Typ? Sie ist fünf Monate alt oder sechs Monate alt jetzt und ich war fünf Wochen weg und die hat mich sowieso nicht erkannt. Da habe ich auch gedacht, dann kann ich mich auch noch rasieren und dann hat sie den kompletten Schock gekriegt und jetzt haben wir uns aber wieder akklimatisiert. Und ich habe mich auch einigermaßen noch nicht ganz akklimatisiert hier ans Wetter. Du hast dich rasiert, bevor Knoll das Tor geschossen hat oder danach? Nee, ja, leider davor. Naja. Zu seiner rechten Justus. Hallo, schönen guten Abend. Wieder zurück aus Magdeburg. Ja, da war ich. Es ist ein nicht ganz sibirischer Arktis, aber kurz davor bin ich noch mal rechts abgebogen auf der Autobahn. Auch ein kühler Empfang. Das war ja schon heiß. Gut, mach ich auch zu meiner rechten weiter. Sebastian. Moin. Du hier, mit Kopfhörern auch. Alles wie immer. Ich war auch in Magdeburg. Ich habe Justus sogar gesehen. Da war er noch jünger als heute. Und was ich zu Tim noch sagen wollte, du siehst zehn Jahre jünger aus, Old Bart, ne? Deswegen habe ich das gemacht. Nur wegen der Live-Sendung, heute. Ich habe eine Zeit lang versucht, so einen langen Bart wie Johnny zu kriegen, aber ich muss ehrlich gestehen, bei so einem Wetter, ich verstehe es nicht, wie du das aussetzt. Es ist einfach viel zu warm. Hier habt ihr so Abluft nach oben. Dunst abzug, glaube ich. Oh, das ist sehr gut. Absolut, kaufe ich keine Mützen mehr, sondern nur noch Dunst abzutrauben. Schreib das mal als Titel drauf. Mach ich. Damit wären wir bei Johnny. Hallo. Du bist, wie immer, der Bestangezogenste heute. Ich habe mich heute auch sehr bemüht. Ich hatte einen auswärtigen Termin von der Arbeit und habe mir deswegen das schönste Hemd, das ich gefunden habe, rausgesucht und die dazu passende Unterhose. Ich möchte betonen, dass ich alle hier Anwesenden vorher umgezogen habe. Inklusive Schule, der natürlich die Trainingsklamotten ausgezogen hat, bevor er hier angekommen ist. Aber wir haben alle extra noch bei den feinsten Zwirnen eingepackt. Ja, ich nicht. Nein, wieder nicht. Und wir haben schon neulich darüber gesprochen, was mit grau-melierten T-Shirts passiert, vor allem, wenn du jetzt in der Sonne sitzt quasi. Ja. Dass du nicht einmal auf die Tipps hören kannst. Ich sage dir, lass dein Bart wachsen heißen. Meine Tochter erkennt mich nicht mehr. Das wäre nie die Gelegenheit gewesen, sich so ein bisschen aus dem Staub zu machen. Aber nein, das hast du nicht wahrgenommen. Dann auch noch wieder ein graues T-Shirt. Diese HSV-Vergangenheit, diese Makel, das ist ja noch nicht schlimm genug. Aber du bist ja wirklich renitent gegen gute Ratschläge. Wahnsinn. Ich habe auf HSV geguckt am Freitag. Ja, alle. War schön. Aber ansonsten möchte ich alle anderen loben. Sogar Sebastian, der sonst manchmal zweifelhafte Kleidung voller Katzenhaare trägt, hat sich heute etwas mit Knöpfen angezogen und auch das vorhin liefere ich ja noch ohne den Schlumi. Aber heute hat er beide Knöpfe oben zugemacht. Ich habe dich auch lieb, Johnny. Ich habe mich extra aufgemacht, wenn das so ein Kontrast gibt. Und den Bart wachsen lassen. Womit wir bei unserem heutigen Gast wären, Timo Schulz. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ich habe auch HSV geguckt. Zweite Halbzeit auch mit einem Bierchen. Ich habe leider kein Hemd an. Ich war auch nicht in der Arktis. Ich war auch nicht in Magdeburg. Also von daher kann ich losgehen. Aber du hast in der Neu-Song einiges vor dir und darüber werden wir natürlich sprechen. Was wir heute an Themen wakern werden, ist zum einen, wir als deutschlandweit bester führender Mode-Podcast haben einen Sponsor, nämlich Kehrwieder Kreativbrauerei. Wir haben Olli da, der wird gleich da einiges zu sagen. Wir haben unseren Mann in den USA wiederholt. Justus wird erzählen, wie es bei Under Armour und Herrn Trump war. Wir werden natürlich sprechen über das Spiel beim 1. FC Magdeburg. Wir haben ein Quiz vorbereitet, wo wir unser Publikum mit ins Boot holen werden. Haben wir auch ein Spiel? Du darfst bei dem Quiz, oder bei dem Quiz spielen die gegen dich. Das haben wir dir noch nicht erzählt. Wir werden natürlich unsere Saisonprognose machen. Wir brauchen jetzt auch nicht versuchen, die Fragen zu finden. Die sind hier, aber ich werde die wieder verdecken. Wir werden natürlich eine Saisonprognose abgeben und dann werden wir im zweiten Teil alles über die neue Aufgabe von Timo Schulz erfahren, über die U19 sprechen und wie es seit deinem letzten Besuch im März 2017, wie ich vorhin nachgeschaut habe, dir ergangen ist, seit du inzwischen ja Fußballlehrer bist. Soweit der Ablauf. Ich weiß gar nicht, ob das eine Klimaanlage ist hier drin oder ob das einfach auch nur eine dummste Absuchshaube. Wir werden auf jeden Fall irgendwann eine Pause machen, um mal kurz frische Luft reinzulassen, was funktionieren würde. Genau, reinlassen die Luft von draußen. Genau, wir werden eine Pause machen. Genau, wir machen eine Pause. Du sagst einfach so. Du musst vielleicht mein Handy mit der Uhr auf dem Tisch stehen. Gut, dann beginnen wir tatsächlich mit der Neuigkeit, was den Mittellentum belangt, nämlich dem Sponsor, den wir jetzt haben. Dazu möchte ich Olli einmal auf die Bühne bitten. Ah, ich mach Platz. Das war der Moment, wo du aufstehst. Ja, ja, das war ja. Ja, ja, das war ja. Ne, ja, setz dich, setz dich hier nicht. Ich stehe hier so hinter dir und trinke hier. Trinke hier. Genau das werde ich dir sagen. Ja, prima. Vielen Dank. Moin. Es ist so, dass treue Stammhörer vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle Sekunde gemerkt haben, manchmal trinken wir Bier. Das war in der Vergangenheit häufig durch einen Plopp zu hören und insbesondere dann, wenn Wilko da war, war das noch häufiger als sonst. Aber auch sonst kommt das mal vor. Und irgendwie haben wir mal feiern gelassen, dass es total cool wäre, wenn uns Dithmarscher sponsern würde, aber das ist immer noch nicht durchgedrungen. Jetzt haben wir was viel Besseres erreicht. Wir können da gar nicht so furchtbar viel für. Derjenige, bei dem wir uns bedanken müssen, ist Michael Hain, der die Vor- und Nachmisch Spielgespräche ja macht mit Yannick zusammen, der auch da vorne sitzt. Und der hat den Kontakt zu Olli und Julia hergestellt. Magst du mal erzählen, wie das zustande kam beziehungsweise wer ihr überhaupt seid? Ich fange bei dem Wie es zustande kam an. Ja, ich bin mit Md1 mit ein paar Kollegen unterwegs, gerne mit Jörg Haikhaus, der halt auch für die Mellantur Gallery schon ein paar mal kuratiert hat. Da ist Heini halt eben auch mal mit in der Ecke mit dabei. Und Heini ist ja auch schon seit einiger Zeit so ein bisschen mit dem Virus infiziert, hat auch ein bisschen selber gebraut. Da haben wir uns relativ schnell kennengelernt, öfter schon mal eben zusammen rumgehangen und so kam die Ecke halt eben zusammen. Wir hatten auch damals hier schon mal die große Ehre im Stadion wie auszuschenken, also hier unten in den Fernräumen, als er hier gefeiert hatte. Genau, daher die Connection. Und ja, wir sind Hamburger Jungs und Mädels im Süden aufgewachsen, lange Zeit in der Welt unterwegs gewesen. Daher halt eben auch unter anderem der Name Kehr wieder 2012 nach einem Aufenthalt in den USA zurückgekehrt und gedacht, hey, in Deutschland ist die Bierlandschaft eigentlich zur damaligen Zeit relativ langweilig gewesen und es gibt so viel schöne, interessante, spannende Bierstile in der Welt. Das müsste man doch eigentlich in einem Bierland wie Deutschland irgendwie mal wieder anbringen und mal zeigen, dass es ein bisschen mehr gibt als Pils und Weizen. Und das haben wir gemacht. Damals hätte uns niemand Geld gegeben, erst recht keine Bank und haben dann halt irgendwie mit dem bisschen, was wir uns angespart hatten, aus alten Milchtanks halt eine Anlage zusammengeschustert, die auch immer noch in Sinsdorf steht, mit der wir noch braun, jetzt langsam oder dringend auf dem Stabler Standort zu wo sind, also falls jemand gerade was hat, so ein paar tausend Quadratmeter. Genau, und braun da unsere Biere, alles nur Bierspezialitäten, weil ansonsten der Biermarkt ist kaputt, da kannst du als kleiner Hersteller nichts reißen, wenn du eine Kiste für 10 Euro verkaufen sollst. Kriege ich immer hergestellt dafür. Aber es ist schön, das halt eben zu sehen, dass halt eben sich im deutschen Biermarkt wieder viel tut und ein Interesse einfach da ist an interessanten Bieren, dass halt eben nicht mehr nur noch über den Preis gekauft wird, sondern halt eben einfach tatsächlich auch über den Geschmack und damit halt eben auch nicht mehr das Thema Wirkungstrinken im Vordergrund steht, geht, sondern Genuss Trinken. Also bei uns so halb-halb hier. Wir haben auch einen Akkoholschalter für dich, das voll zu Interesse ist. Ich bin für die anderen, wollte ich ja sagen. Verstehe. Genau, und das machen wir halt eben und macht uns sehr viel Spaß, machen unter anderem zum Beispiel auch für den Silbersack das Hausbier, was halt eben auch als reines Hamburg-Bier gedacht ist. Und haben Spaß daran in kleinen Mengen. Leute davon zu überzeugen, dass Bier halt irgendwie anders sein kann als nur Bitter. Jetzt ist das ja noch nicht zwingend naheliegend, dass man dann so an so einen St. Pauli-Fan-Podcast herantritt. Also Kontakt natürlich über Michael, aber was ist bei dir, hast du einen Bezug zu St. Pauli? Naja, leider nicht oft genug hier, aber immer wieder gerne. Es ist für mich halt eben, es gibt für mich noch einen Verein und das ist natürlich St. Pauli. Und als Hamburger Jung und Brauer, der natürlich mein, also mein persönliches größtes Lebensziel ist, irgendwann mal das andere Bier hier abzulösen. Mal gucken, ob wir da mal irgendwann hinkommen, aber hey, wir sind schon jetzt mindestens zweimal im Stadion gewesen mit dem eigenen Bier, also von daher ist es ein kleiner Schritt auf einem langen Weg, aber ja, es ist, wie gesagt, für mich der einzige Verein, das was einfach Spaß macht, es ist einfach eine tolle Familie, einfach, wo ich immer wieder wieder gerne bin. Und von daher ist es natürlich naheliegend, halt eben sowas auch zu unterstützen und gerade jetzt auch mit eurer Aktion, das halt eben dann für die Hilfe zu benutzen, für Magdeburg jetzt mit zu nutzen, das einsetzt und von daher finde ich es auch eine schöne Sache, für die man das halt eben auch einsetzt. Das haben wir in dem Fall gar nicht erzählt, die Getränkepreise staffeln sich wie folgt beziehungsweise deren Verwendung heute Abend, das kann Justus jetzt da vielleicht mal eben kurz referieren. Ja, genau, wir haben das Bier von dir ja gespendet gekriegt heute, verkaufen ist aber, schlauerweise, wir sind der richtige Föchse. Und wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, gab es am Sonntag nach dem Spiel in Magdeburg doch einigen Trouble mit den Zugfahrern, die nach Hause wollten und die konnten sich weder Bier noch Wasser noch irgendwas kaufen, weil die Polizei da was gegen hatte und vor allem organisatorisch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe war. Das werdet ihr morgen alles in einer gut ausgearbeiteten Stellungnahme von uns nochmal lesen. Das ist die Kurzvariante, die ich jetzt gesagt habe. Allerdings mussten wir so ein bisschen die Versorgungs-Hoschis da für die spielen, weil wir die einzigen waren, die da so ein bisschen hin und her gehen konnten und zumindest ein bisschen Bewegungsfreiheit hatten. Aber das wollte ich jetzt nicht von jedem da oder meine Kolleginnen von jedem 50 Cent einsammeln. Da sind uns ein paar Kosten entstanden und die Leute und die können wir dann auf ganz unbürokratische und einfache Art und Weise mit deiner Hilfe und eurer Hilfe eben einfach wieder zurückspielen. Vielen Dank, wenn ihr das Bier kauft. Ja, da wird erst mal Bier geholt. Springen die Leute reihenweise auf, das ist fantastisch. Ansonsten... Ach, wo schüttet, ist schon weg. Hier wird weggeschüttet, damit es mal zu einer Kaffee kommt. Ansonsten haben wir da auch eine Braun-Weiß-Hilfe. Wir spenden, Dose stehen. Wer da was reinschmeißen möchte, darf das natürlich gerne. Wenn von den anderen Getränken irgendwas überbleibt, haben wir gesagt, Pi mal Daumen, Hälfte Fanladen, Hälfte Fanräume. Also das landet dann nicht bei uns. Ihr dürft also, was haben wir noch? Wir haben Mate, Rhabarbersaftschorle und Wasser, glaube ich. Und Cola. Sehr gut. Fantastisch. Ja, ansonsten werden eben Kerr-Wieder-Bier uns auch bei den nächsten Sendungen tatkräftig unterstützen. Wir haben schon traurigerweise festgestellt, dass es dann nicht immer die Masse an Bier ist, wie heute Abend. Aber wir sind ja auch nur zu fünf und nicht mit 80, 90 Leuten. Das ist ja ausbauffägig, oder? Sollte das passen, wirklich. Und du hast zwei Biere mitgebracht, eins davon alkoholfrei, wobei alkoholfrei, glaube ich, fast alle ist. Also wenn, ich habe glaube ich gerade noch eine Flasche gesehen. Genau, ich habe einmal das Froh-Typ mitgebracht. Das war unser erstes Bier, mit dem wir damals tatsächlich angefangen haben, um es quasi in der Bierwelt zu bewerben. Und ist auch tatsächlich so ein bisschen zum Klassiker geworden, so als das Einstiegsbier in diese Kreativ-Bier-Welt, Kraft-Bier-Welt. Ich nenne es immer so ein bisschen salopp. Ein Pilz auf Steroiden ist ein untergieriges Bier. Im Pilz nicht unähnlich, aber halt eben noch mal Hopfen gestopft, also Hopfen auf der kalten Seite in den Lagertank reingelegt. Dann holst du dir nicht aus dem Hopfen zusätzliche Bittere, sondern halt eben die ätherischen Rüde, die Fruchtigkeit aus dem Hopfen raus. Und das kannst du ein bisschen im Bier schmecken. Du hast halt einen schönen schlanken Körper, aber hast du so eine leichte Maracuja-Litchi-Note halt eben da drin. Und das kommt halt eben nur vom Hopfen. Viele denken so beim ersten Mal mal so, oh, da ist die Frucht reingeschmissen und nö, es kommt einfach nur aus dem Hopfen. Und das andere, das Übernormal-Null, ist tatsächlich inzwischen unser stärkst verkauftes Bier, weil es ein alkoholfreies IPA ist. IPA, India Pale Ale, ist so der, sag ich mal, Hauptbierstil in der Crafty-Welt. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendwie auch mal alkoholfrei funktionieren oder es muss doch mal auch ein alkoholfreies Bier in Lecker geben. Und habe dann tatsächlich auch freudig festgestellt, dass es funktioniert. Und halt ähnliche Geschichte, es ist ein sehr robustes Bier, hat nur gewisse Bittere mit dabei, aber es ist halt eben auch eine schöne Fruchtigkeit. Also es schmeckt halt eben wirklich wie ein Bier. Es ist halt eben nicht die Alternative, weil man nicht darf, aber irgendwie gerne was möchte. Man kann es halt eben wirklich gut trinken und selber auch schon erfolgreich ausprobiert auf einer Veranstaltung, wo ich noch nicht mehr musste, sondern halt eben ein paar normale Biere vorher getrunken habe und dann einfach gedacht habe, ich habe heute nicht meine Trinkerhosen an, ist auch okay jetzt und bin dann umgeschwenkt auf das Bier und man kann es tatsächlich auch nach zwei, drei normalen Bieren ganz entspannt trinken und macht halt eben Freude. Und es ist halt eben tatsächlich die schöne Alternative, was geschmackvolles zu trinken, ohne halt eben gleich komisch im Kopf zu werden. Manchmal auch ganz hilfreich. Sehr gut. Wer heute Abend hier ist, kann das live ausprobieren. Wir haben auch Flyer liegen, wo die verschiedenen Biere, die ihr darüber hinaus ja auch noch anbietet, beschrieben werden. Für alle anderen, die das jetzt als Podcast hören, werden wir das entsprechend mit eurer Facebook-Seite und der Homepage verlinken und dann kann das da auch nachlesen werden. Wir haben vorhin schon festgestellt, ihr seid nicht auf Twitter, da bin ich jetzt am Bohren, dass ihr das ändert, aber wollen wir euch nicht zu überreden. Also dann, vielen, vielen Dank. Und Olli hat zusätzlich auch noch angeboten, sich hinterm Tresen zu stellen, also auch dafür. Das werde ich jetzt gleich wieder machen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch, viel Spaß noch und Prost würde ich sagen, oder? Dankeschön. Prost. Prost. Womit ich bei Danksagungen angekommen wäre, in allererster Linie, danke an's Heiner, die da zusätzlich zu Olli auch hinterm Tresen steht, stellvertretend für Fanräume. Fanräume hat uns erneut den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt, dafür auch ein ganz großes Dankeschön. Es wäre deswegen super, wenn wir den nicht verwüsten, also sollte Müll kreiert werden, haben wir Mülleimer da. Es ist auch so, dass wir abgesprochen haben, wir geben kein, oder wir verlangen kein Fund bei den Wasserbechern. Wäre trotzdem toll, wenn ihr die Becher dann wieder zurückbringt und nicht bis zum Spieltag sammelt, um dann da 50 Cent rauszuholen. Jetzt sag denen doch nicht, was ich damit mache. Nein, Müll-Anton-Hörer sind ganz grundehrliche Menschen. Dann vielen Dank an die Fanladen, der uns natürlich immer bei der Orga unterstützt hat, heute mit Getränke rüberschleppen und überhaupt Getränke zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns außerdem bei allen, die in der Zwischenzeit seit der letzten Sendung den Paypal-Button benutzt haben auf der Seite, das natürlich auch gerne weiterhin, da sind vielleicht finanziell bei uns demnächst ein paar Änderungen anstehend, das können wir aber dann bei der nächsten Sendung mal erklären. Wir kriegen Gehyp. Wir kriegen Gehyp, genau. Wir werden unser Produkt weiter kommentialisieren. Ihr kriegt dann ab sofort auch Gehyp. Und ein Aufruf noch von Tainer, falls sich jemand mit der Wikipedia-Struktur ein bisschen besser auskennt, wie man da Artikel anlegt, wie man Sachen löschen kann, wie man Sachen besser strukturiert, gerne mal beim Fanräumer-Archiv melden. Sebastian hat seine Hilfe schon angeboten, aber vielleicht ist da noch jemand, der das auch gut kann. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet, was auf der Agenda steht. Wir könnten mit den Themen beginnen. Als da wäre, wir waren in den USA. Namentlich von uns, vor allem Justus. Wie war es denn? Also ich fand es sehr gut, tatsächlich. Also ich bin wiedergekommen und war wirklich begeistert von der Gastfreundschaft vor Ort, von der Organisation, der Reise, von den Sachen, die wir gemacht haben. Also nicht nur gut organisiert, sondern es wurden auch gute Sachen organisiert. Es hat Spaß gemacht, tierisch viele Leute getroffen, die ich teilweise lange nicht gesehen hatte, tatsächlich. Spattel. Den habe ich schon häufiger gesehen, aber auch Fans, die ich ewig nicht gesehen hatte und die irgendwie zum Beispiel ein, ja inzwischen nicht mehr Mädchen, früher Mädchen aus der U18, die jetzt ein Work and Travel in Kanada macht und zum Portland-Spiel irgendwie über Nacht zehn Stunden mit dem Bus hingekommen war und auf einmal steht in diesem Portland-Fanladen neben mir und ich sage, hä, was machst du denn hier? Jo, ich bin eben so rübergekommen und achso, und bleibst du eine Nacht hier? Nö, nö, ich fahre heute Nacht sofort wieder irgendwie zehn Stunden nach Vancouver zurück, weil ich muss morgen früh halt arbeiten und sowas, also einfach Leute, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte, als ich die Reise angetreten habe, dann natürlich viele nordamerikanische Fans und Fanclubs, wo ich die Leute teilweise kannte, weil sie schon mal hier waren zu einem Spiel oder was, teilweise halt ganz neue Leute kennengelernt, also es war einfach, ja, ich war geflasht, hätten wir früher gesagt, als ich neuer Jungen war. Oberaffengeil. So in der Art, ja, genau, also ich fand's, ich fand's wirklich, richtig gut. Und es hatte ja vorher, ja, so einen leicht belächelten Status, von wegen, so eine Mischung aus, reine Commerz-Tour oder reine Under Armour-Promotion-Tour. Levi's auch noch. Levi's, genau, ja. Genau, also ich war auch nicht, als ich es das erste Mal gehört habe, grundauf begeistert und hab gesagt, oh geil, das ist das, was dem FC St. Pauli schon immer mal gefehlt hat, dass wir irgendwie in die USA fliegen, gerade unter diesen Präsidenten zu dieser Zeit, sondern ganz im Gegenteil, ich war... Du meinst jetzt Trump und nicht Uke. Ich meinte den neuen CEO von Under Armour. Ne, genau, Trump meinte ich und war auch sehr skeptisch und im Laufe der Zeit wurde aber immer klarer, dass sich eben viele Fans und Fanclubs aus Nordamerika, vor allem aus den USA, eben dort treffen werden. Die machen so ein jährliches Treffen, meistens bei dem New Yorker Fanclub und die haben das, weil wir in Detroit am Wochenende gespielt haben, eben nach Detroit verlegt und das wusste ich natürlich vorher auch nicht. Da kommt man anscheinend relativ günstig und gut hin, überall aus den USA oder auch aus Kanada kamen die Leute ja teilweise. Sodass die sich da alle getroffen haben und da schon eine relativ große Fanbase sozusagen vor Ort war. Was heißt denn relativ groß? Also beim Spiel waren, schätze ich, drei bis 500 St. Pauli-Fans, die auch nicht nur Detroit, also Detroit City FC, wie ist der Club, gegen den wir gespielt haben. Die Fans waren uns alle sehr wohl gesonnen und würde ich sagen, politisch so auf unserer Wellenlinie und kannten auch viel von St. Pauli. Aber die waren nicht, also Detroit-Fans und fanden St. Pauli gut, die kommen noch hinzu quasi, sondern wirklich welche, die nur wegen uns droht waren sozusagen. Und als wir das halt alles im Vorfeld alles mitgekommen haben, haben wir gesagt, eigentlich ist es nötig, dass jemand von uns auch mitfliegt, um dort eben auch die Kontakte, die wir schon haben, eben auch weiter zu spinnen und irgendwie auch organisatorisch da mindestens zur Seite zu stehen. Warst du in das Programm eingebunden? Es gab irgendwie eine Podiumsdiskussion oder sowas? Ne, das stand schon ziemlich, als wir quasi in die Reiseplanung eingebunden wurden. Bei der Podiumsdiskussion war ich jetzt auch nicht auf dem Podium, aber das war auch nicht nicht zwingend nötig, will ich behaupten. Das war jetzt auch, es ging viel um Community. So, da hätte ich sicherlich auch was zu sagen können, auch als Fanladen-Mitarbeiter was zu sagen können. Aber das funktionierte auch so, so ganz gut. Und diese, also wir sind, ich kann ja kurz erzählen, wie wir es gemacht haben. Wir sind nach Washington geflogen, sind dann, haben dann zwei Tage in Baltimore, das ist so zwei Stunden mit dem Auto von Washington, haben wir zwei Tage bei Under Armour verbracht, sozusagen, oder in Baltimore verbracht. Damit hatte ich jetzt nicht besonders viel zu tun, das war, hatte natürlich einen sportlichen Aspekt, wo ich da nichts zu sagen habe, sozusagen, zu Recht auch. Dann sind wir nach Detroit geflogen. Da ich ganz kurz einhaken, hatte das wirklich einen sportlichen Aspekt oder eher einen wirtschaftlichen? Also ich habe jetzt keine Verträge gesehen, es hat sicherlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt, klar, aber ich wollte damit sagen, der Sport stand im Vordergrund und nicht das Miteinander zwischen Spielern und Fans. Da würde ich jetzt in Detroit zu kommen, wir sind dann nach Detroit geflogen und da stand das sehr, sehr im Mittelpunkt. Das waren auch die Tage, wo ich so am meisten rausgezogen habe, würde ich sagen und nicht nur rausgezogen, sondern auch reingegeben habe. Es gab Fantreffen zwischen Spielern und Fans dort, es waren auch in Detroit auch ein paar Deutsche und Europäer da, die rübergeflogen sind. Es gab Treffen im Plattenladen von Jack White, diesem Typen von den White Stripes, er hatte einen Plattenladen und ein Vinylpresswerk. Das war ziemlich geil, also ich stehe auch so ein bisschen auf Platten, das fand ich persönlich auch irgendwie geil und das war so das erste Treffen nach irgendwie zweieinhalb Tagen, wir 30 Leute schmoren da so im eigenen Saft, es waren halt 20 Spieler, Trainer sozusagen und 10 offizielle Delegationen haben wir uns genannt, also Marketing-Typ, Merchandise-Typ und so weiter und so fort. Und Justus. Und Fanladen-Typ, genau. Und das war so das erste Mal, dass wir quasi uns mit Fans zusammen getroffen haben, da war die Mannschaft dann auch gar nicht dabei, wir hatten so einen Bus und sind halt mit dem Bus vor diesem Plattenladen gefahren, das war irgendwie Freitags nachmittags um 15 Uhr und vor dem Termin hatte ich echt so ein bisschen Bammel, weil ich dachte, Freitags 15 Uhr in Detroit und wir kommen da als deutscher Zweitligist an ohne die Spieler, das ist bestimmt super, die warten echt alle auf uns da, aber sie warteten alle auf uns, es war, der Laden ist ziemlich groß, es waren echt etliche Leute da, teilweise Leute aus Deutschland, die ihren USA-Urlaub da so nachgelegt hatten, wie zum Beispiel Spadl und Andi, die wir schon genannt haben, wie Mario aus Leer, den du auch noch kennst von früher, der da einfach irgendwie war und aber auch eben viele Amerikaner und die dann, wo man irgendwie nach 10 Minuten irgendwie das Gefühl hatte, oh, die kenne ich ja alle seit 100 Jahren und irgendwie war das eine super Atmosphäre. Der Verein Detroit City FC hat da viel für getan, die haben das alles sehr gut organisiert, die hatten richtig Bock auf St. Pauli, das konnte man merken, er hatte richtig Bock auf uns. Dieser eine Präsident, würde ich es jetzt mal übersetzen, ist er natürlich nicht, weil es kein Verein ist, sondern er ist ein Owner oder einer der Co-Owner, Sean Isser, der war eigentlich die ganze Zeit bei uns und hat uns so alle Wünsche von den Lippen abgelesen und alles irgendwie so organisiert, wie wir da Bock drauf hatten. Der war da und es gab irgendwie kalte Getränke und es war irgendwie eine super Atmosphäre, alle kamen sofort gut ins Gespräch und so gingen die Tage in Detroit eigentlich weiter. Es gab ein Konzert mit Rise Against, wo viele St. Pauli-Fans waren, wo die Band irgendwie St. Pauli-Flaggen aufgehangen hatte und die Mannschaft war da. vor dem Konzert gab es quasi so ein Warm-up in so einer Distillery. Die hatten so Mix-Getränke in solchen Bechern. Ist gut, im Radio was mit solchen Bechern zu erklären. 0-2. 0-3 und die hatten irgendwie da, ich glaube, Alkohol mit Alkohol zusammen gemischt und das hatte relativ schnell zum Wirkungstrinken. Genau, Wirkungstrinken zum erfolgreichen Verlauf des Abends hat es geführt, kann man so sagen. Und das war wirklich, also wie viele Leute da einfach auch waren und was man auch für eine Nähe hatte, obwohl man die Leute nicht kannte, das fand ich sehr erstaunlich und ich war positiv beeindruckt. Sicherlich auch eine Art und Weise, wie, jetzt wird es ganz krude, was ich erzählen will, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, hatte, dass die sicherlich offener auf Menschen zugehen, als wir das hier in Hamburg machen. Und dass halt schon viele Leute da waren, die auch schon mal hier waren und so, das fand ich halt echt geil. Man fliegt irgendwie, keine Ahnung, 7000 Kilometer oder wie weit das ist und sieht halt Leute, denen der Verein echt viel bedeutet. Teilweise waren sie ein, zweimal hier, teilweise waren sie auch noch überhaupt nicht hier und fragen mich über das Antirat-Turnier am nächsten Wochenende aus. so, Alter, was wisst ihr alles? Das fand ich sehr erstaunlich. Es gab nach der Saison und dann auch ein bisschen Abstand dazu, ein Gespräch mit Okel, wo einzelne Leute eingeladen waren und da hat er auch sehr von dieser Tour geschwärmt im Sinne von, ich sag's mal, Überbegriff oder Kampfbegriff Teambuilding, wo er gesagt hat, es gab für viele Spieler so ein Aha-Erlebnis und die haben in diesen, ich weiß jetzt noch, zehn Tage, zehn Tage mehr St. Pauli begriffen, als sie es in ein oder zwei Jahren hier als Profi unter Vertrag begriffen haben, weil sie einfach einen viel direkteren Kontakt mit den Leuten hatten und gesehen haben, was dieser Verein Menschen bedeuten kann, obwohl die, wie du sagst, halt vielleicht nur ein, zwei Mal im Leben hier waren. Hast du das so mitbekommen und hast du jetzt vielleicht dann die rückgeschlagen zum U19, sollte die U19 nach der Saison auch da mal hinfahren und sich das Under-Armer Bolton-Modassent drüber angucken. Vielleicht nicht das Under-Armer Bolton-Modassent, aber ich kann jetzt zum Teambuilding nicht so sagen, ich kannte, ich kenne Samia Laugui jetzt nicht besonders gut und ich kannte ihn vorher gar nicht, außer vom Platz, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob der sich in diesen zehn Tagen irgendwie geändert hat und St. Pauli besser verstanden hat, das will ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, man konnte oder wir haben dort viele Sachen gemacht, die ich mir teilweise auch für hier wünschen würde, also zum Beispiel diese Fan-Abende oder dieses Konzert, wo einfach 20 Profifußballer auch mal hingehen, um zu sehen, was machen Fans eigentlich, also die waren sicherlich nicht alle Spieler waren sicherlich nicht Fan von dieser Band, aber ich glaube auch nicht alle Fans waren Fan von dieser Band, sondern sie hatten einfach Bock auf einen geilen Abend und das hat halt irgendwie gut funktioniert, sicherlich nicht bei 21, aber insgesamt hat das irgendwie gut funktioniert und da würde ich mir vielleicht teilweise wünschen, dass man, auch wenn das vielleicht einfacher ist, 7000 Kilometer entfernt, könnte man das sicherlich auch ein bisschen anders hier gestalten und das war auch die Kritik sozusagen, die ich nach dem, nach der Reise, haben wir uns nochmal zu so im Nachtreffen getroffen auch hatte, zu sagen, also super, dass wir das alles so gemacht haben und klasse und das kann man sicherlich auch nochmal machen, paar Sachen kann man auch anders machen und so, keine Frage, aber wir können nicht irgendwie 10 Tage im Jahr irgendwie St. Pauli in Detroit und Portland spielen und hier sind wir aber irgendwie eine Behörde, wo das alles hier irgendwie so ein bisschen anders funktioniert und tun so, als wären wir irgendwie der Fanverein. Also das muss dann auch irgendwie die Ergebnisse, die Okel dann da auch präsentiert, müssen auch irgendwie für die 355 restlichen Tage im Jahr irgendwie mit rüber gespappt werden und nicht sagen, nächste Sommerpause fliegen wir aber nach Indonesien, weil, weiß ich nicht, da ist das Teambuilding so geil oder so, also das muss, okay, ich gucke jetzt sehr von den Fans her und vielleicht auch gar nicht fürs Teambuilding, aber das könnte man halt hier sicherlich teilweise auch ein bisschen besser machen, da ich das intern so gesagt habe, kann ich es hier auch erzählen, trete ich keinen auf den Schlips, aber man kann sicherlich auch manche Sachen da einfach einfacher machen als hier, so ehrlich bin ich dann, realistisch bin ich dann auch. Was war denn deine schönste Saisonabschlussfahrt von den vielen Touren nach Mallorca? an die ich mich erinnern kann? Aktiv. Es gab tatsächlich, ich bin ja 2005 hergekommen und es gab vor meiner Zeit weder einen Einstand, gab es nicht, den habe ich dann selber organisiert als Neuer. Und was war dein Einstand? Wir haben eigentlich jedes Jahr den gleichen Einstand gemacht, der fing an bei Brigitte im St. Pauli Eck und führte dann quer über St. Pauli. Achso, ich dachte, du meinst jetzt sowas wie hier Gedichtaufsagen vor der Mannschaft oder so. Nein, die erste Abschlussfahrt war tatsächlich die beste, da sind wir, weil es nichts anderes gab und es war auch nichts in der Mannschaftsgasse, sind wir nach Nordrhein gefahren. Wochenendtickets. Hansi Rösch damals noch, der hat noch so selbst gebrannten Fusel verkauft. Da haben wir zwei Kisten gekannt, Havanna Siebenjährigen, der war überragend. Also ich war schon voll wie ein Amtmann. Robert Paliguccia noch dabei, genau. Und dann waren wir in Norderney in so einer Strandresidenz, das war der billigste Schuppen, den wir kriegen konnten, weil wir hatten ja auch keine Kohle. Und zwei Wochen später habe ich dann eine E-Mail von dem bekommen, da haben wir dann irgendwie, ich weiß nicht, nachts haben wir irgendwie ein Flüschtier die Augen rausgerissen, vom Kinderwagen fehlte ein Reifen und das haben die alles in Kuhl wiedergefunden und das war furchtbar. Ich bin dann irgendwie, weil ich da ja wohnen, ein paar Wochen später hin und habe mich dafür entschuldigt und eben ein neues Flüschtier mitgebracht, aber das war eine geile, geile Mannschaftsfahrt und Mallorca ist halt, also wir haben Corny einmal mitgenommen und der hat im Nachhinein hat er sich dafür bedankt, das war nach dem Erstliga Aufstieg, weil er gesagt hat, es war ein kulturelles Ereignis, das er so in der Form noch nicht erlebt hat. Warst du mit auf Kuba? Nein, das war tatsächlich genau die Sommerpause, bevor ich gekommen bin. Von daher, Abschlussreisen sind schön, Abschlussreisen sind auch eigentlich ein super Teambuilding, aber das beste Teambuilding, das sind Siege. Ist einfach so, also jetzt auch, wenn du von Zusammenhalt, Fans, Mannschaft und so sprichst, da müssen wir uns nichts vormachen, eine erfolgreiche Mannschaft wird bei den Fans immer akzeptiert und dann fällt es den Spielern auch leichter, ich kann das ja aus Spielersicht vielleicht auch ein bisschen erzählen, das macht auch keinem Spieler Spaß, kein Spieler hat gute Laune, wenn er verliert, wenn er häufig verliert und wenn einem irgendwie das Wasser bis zum Hals steht, glaubt mir, dann hat man auch einfach nicht den Kopf dafür, irgendwie noch in den Fanladen zu gehen und sich da noch stundenlang zu unterhalten, dann ist man mit sich selber beschäftigt, dann ist man damit beschäftigt, wie man es besser machen kann und da spielt der Antrieb überhaupt keine Rolle, also ich hatte super Mitspieler, die ganz klar kommuniziert haben, ich spiele nur wegen der Kohle und weil ich möglichst schnell wieder weg will, da hatte ich als Mitspieler gar kein Problem mit Carlos Zambrano, der hat jedes Training im Feuerwerk abgebrannt, der ist aber von vorne reingekommen und hat gesagt, Pauli, das ist mir relativ egal und meine Mitspieler auch, Hauptsache ich bin erfolgreich und ich bin möglichst schnell wieder weg und erfolgreich und verdiene mehr Geld und das hat er geschafft und das war sein Antrieb, das war okay, wir hatten damals alle so einen Haufen von Gescheiterten, wir hatten alle einen anderen Antrieb, aber das kann alles funktionieren. Endlich wieder Nordernay. Hast du denn mit deiner U17 eine Abschlussfahrt gemacht? Nee, die sind alle unter 18 und kommen mit Teufelskönig. Nee, nee, wir haben tatsächlich was ich gemacht habe, ist auch so als Teambuilding und weil die Eltern, da ist ja auch ein eigenes Thema, die Eltern, im Jugendbereich sind es die Eltern und im Erwachsenen Bereich dann die Berater, aber ich bin dann vor Weihnachten bin ich dann auf den Weihnachtsmarkt gegangen und da habe ich dann auch die Eltern eingenommen und dann sind die Eltern gekommen und dann hat man sich auch mal mit denen auseinandergesetzt und das ist auch speziell. Möchtest du das noch etwas ausführen? Nee, also in der Tat bin ich der Erste, der geht, aber mein Teambetreuer und meine Co-Trainer oder wer auch dann immer noch geblieben ist, die haben dann im Nachhinein häufig erzählt, was noch alles passiert ist und ja. Es gibt zu der USA-Reise ein ungefähr 25-minütiges, ich sage es mal, Marketing-Video, aber ich will das gar nicht so abschätzig meinen, wie ich es jetzt vielleicht gesagt habe. Juss, du hast das gesehen, uneingeschränkte Sehempfehlung oder hat es dir gefallen? Ja, also ich finde es schon gut mit der Einschränkung, die du auch sagst, also es ist kein Tagebuch über die Reise einfach, das ist zu. Also wer das so guckt, ist sicherlich enttäuscht, es fehlen viele Sachen, also viele Sachen, die ich jetzt erzählt habe, werden nur ganz kurz gestriffen, sozusagen. Es ist ein Film von Under Armour, das steht da ja auch groß, in Zusammenarbeit mit Mav Z. Also es wird sehr viel auf, wie erzählen die das immer, Performance und so erzählt, also es wird viel auch Trainingssachen oder Spielszenen oder so gezeigt, die könnten natürlich auch an der Kollerstraße gedreht sein, also da ist eigentlich egal, wo man ist, also die Sonne steht vielleicht ein bisschen anders oder so, aber sonst, also die Highlights, die ich so hatte, die fehlen in dem Film. Okay. Apropos Highlights, ich habe mir hier noch so drei Notizen gemacht, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, Motown Museum, Besuch Holocaust Memorial Gedenkstätte und Weißes Haus. Weißes Haus ist vielleicht das, was so in der Öffentlichkeit am plakativsten ankam, weil alle mit den Regenbogenmützen da standen, insbesondere wenn man sich auf dem Foto nochmal den Gesichtsausdruck von Markus Koczynski anguckt. Sieht aus wie ein Schlumpf, ne? Ja, da war ich gar nicht dabei, wir hatten einen Empfang beim Deutschen Botschafter, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder haben. Hast du was geklaut, oder? Ne, ich habe was verschenkt. Aber, wir kamen dann später dazu quasi, also Teile der Reisegruppe sind halt zu den Botschaftern gefahren und Teile sind schon nach Washington gefahren, um sich das Weißausland zu gucken und wir sind dann von Washington weitergeflogen nach Detroit und haben uns dann erst vor dem Weißen Haus wieder getroffen, aber diese Fotoaktion war halt schon vorher. Da war furchtbares Wetter, es ist langweilig, über das Wetter zu erzählen, wenn man irgendwo hinfährt, aber es war so scheiß Wetter, dass echt alle schlechte Laune hatten, weil man irgendwie, keine Ahnung, nach fünf Minuten irgendwie klatschnass war und offensichtlich haben Profifußballer keine Regenkleidung mit. Es scheint irgendwie, es war mir neu, ich dachte, die sind ja viel draußen. Ist ihnen vielleicht nicht eingepackt worden, das weiß ich nicht, wer da die Koffer gepackt hat, aber die waren schlecht ausgerüstet, muss man sagen und deswegen war da die Stimmung irgendwie dann irgendwann nicht mehr so gut. Aber die Regenbogenmützen nicht mehr geholfen. Gegen den Regen. Und Motown Museum habe ich mir das Video angeguckt, wie die Spieler da geschunkelt und teilweise auch gesungen haben. War das so schlimm, wie es aussah? Ja. Genau, das haben wir uns angeguckt. Also Detroit ist ja, ich habe das vorher gar nicht mit Motown in Verbindung gebracht, muss ich gestehen. Zu meiner Schande, ich hatte immer irgendwie so ein paar Punk-Bads auf dem Zettel und halt Techno. Es gab auch eben so ein Techno-Museum. Da bin ich aber nicht hingefahren. Achso, und Eminem natürlich, damit habe ich Detroit irgendwie vermunden. Aber dieses Motown Museum ist in den alten Studios noch und die konnte man auch besichtigen. Meine Musik ist es nicht, aber ich fand das schon irgendwie ganz cool, mal da gewesen zu sein. Das war, genau, Teile der Mannschaft waren da auch dabei und das war irgendwie witzig. Und dann hat Sean, dieser Owner von dem Verein, was ich schon erzählt habe, mit dem haben wir noch so eine Stadt Rundfahrt quasi mit unserem Bus da irgendwie durch Detroit gemacht. Also wenn ihr mal die Chance habt, da hinzufahren, das ist echt, das ist abgefahren. Also es ist überhaupt nicht schön, null. Aber es ist... Ist ja auch komplett pleite Detroit. Genau, es ist komplett pleite. Sean hat gesagt, er hat sich irgendwie zwei Häuser gekauft. Die waren zusammenwilliger als in einem Kleinwagen, den er sich auch gekauft hat. Von General Motors, die sind auch in Detroit. Ja, genau. Und er hat irgendwie erzählt, dass er irgendwie so Wolkenkratzer irgendwie 300.000 Dollar gekostet haben. Inzwischen geht es irgendwie anscheinend wieder aufwärts. Aber wir haben uns irgendwie so ein altes Verwaltungsgebäude zum Beispiel angeguckt. Das sieht halt aus wie eine Kirche mit so hohen Decken und alles so Malereien. Also ich habe dann auch gefragt, ist es eine Kirche oder was? Nö, aber wir waren halt in den 20ern so reich, wir haben ein paar Verwaltungsgebäude so gebaut, weil wir nicht wussten, wohin mit unserer Kohle. Und das sieht man halt. Ja, genau. Das wäre jetzt vielleicht schlau gewesen, weil jetzt sieht es da nicht so richtig geil aus. Aber ist Detroit City FC, ich meine, für die MLS, da stärkt man ja nicht auf, sondern bewirbt man sich ja als Stadt oder als Verein. Genau. Ein Verein ist es dann ja nicht. Wollen die in die MLS? Ne, wollen sie nicht. Die Fans rennen auch alle mit diesem Run-DMC-T-Shirt, FCK, MLS irgendwie rum. Die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Sie sagen auch, sie können es sich aber auch nicht leisten. Also selbst wenn sie Bock drauf hätten, ist es jenseits ihrer finanziellen Möglichkeiten. Aber die haben aber eher Bock auf so unterklassigen Fußball. Ich habe bis zum Ende nicht verstanden, wo die eigentlich genau spielen, weil das ist ja, das ist ja nicht so wie in Deutschland so ein Ligensystem, wo man sagt, Erste Liga, Zweite Liga oder keine Ahnung, wie im Eishockey. Hier gibt es eine Liga, da kauft man sich ein und da drunter ist aber irgendwie so ein Europä- oder ein deutsches Ligensystem. Sondern es ist ja irgendwie vollkommen kompliziert und die machen halt echt viele Freundschaftsspiele. Also das ist, nicht nur wir kommen da irgendwie, sondern das ist schon durchaus ein normales, normales Ding, dass die halt gegen irgendwelche Mannschaften einfach so ohne Wettbewerb, Charakter quasi spielen. So wie die Harlem Globetrotters. Ja, mit weniger Tricks. Mit weniger Tricks. Genau, und das ist ein relativ abgefahrenes, altes Stadion. Ich glaube, die Spieler fanden es teilweise nicht so richtig geil. So irgendwie, wie du dich da noch unter Klubbein umziehen musstest. So sah es da glaube ich aus. Aber sonst war das, also ich fand das total super. Es gab so einen Marsch zum Stadion. Der ist ja auch in dem Film relativ präsent und prominent. Und das war echt irgendwie voll super. Und Stimmung war großartig. Also zumindest das, was man so an Videos hier sehen konnte. Ja, war großartig. Von denen, von uns, also vor allem von denen natürlich, weil die viel mehr waren. Die hatten halt auch richtig Bock und war Wochenende und Pyro und alles und Rauch die ganze Zeit und politisch vollkommen korrekte Fanszene und so. Echt voll super. Es gibt dieses eine Foto, wo, ich glaube, Philipp Herrwagen in der Pyrowolke steht. Genau, Philipp Herrwagen hat die erste Halbzeit gespielt. Die Torhüter haben sich abgewechselt in der ersten und zweiten Halbzeit. Der hat die erste Halbzeit gespielt und ist dann in der zweiten Halbzeit mit Paul Ripke. Der hat uns am Anfang so einen Fotografen-Typ. Der hat uns in der... Keine Abwertung, aber irgendein Fotograf. Ich kannte den vorhin nicht. Für mich war das nicht so ein Fotograf. Fertraum-Typ, Fotograf-Typ. Ja, jetzt habe ich rausgefunden, das ist irgendwie so ein Hörerfotograf. Er hat mit uns den ersten Teil der Reise bestritten und hat dann mit Philipp Herrwagen irgendwie in... Die erste Fackel gezündet. Sag es doch endlich. Nee, die erste nicht, aber genau. Ist dann rein und Pyro gezündet und Fotos gemacht und so. Und genau. Also, das passte irgendwie alles da. In Portland war es dann alles eine Nummer kleiner. Es war irgendwie Dienstag oder Mittwoch, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall unter der Woche. Es waren Westküste, es waren halt auch keine Europäer mehr da, außer Spadl und Andi, die die ganze Tour mitgemacht haben. Und da waren, glaube ich, vielleicht, wenn es hochkommt, 50 St. Pauli Fels. Da war das alles irgendwie. Und da war es ja deren, was hier U23 wäre, ist das da Portland Timbers 2? Genau. Genau, das war die zweite Mannschaft, die aber, kenne ich mich bei den Portland Timbers ungefähr gar nicht aus, wo viele aus der ersten Mannschaft mitgespielt haben, weil das halt unter der Woche war und sie das sozusagen so als Trainingsmöglichkeit an dem Tag benutzt haben. Genau, da haben wir dann noch verloren, den Elfmeter schießen. Gott, ich schieb den Elfmeter, Alter, unfassbar. Man merkt immer noch den ganzen, den ganzen Entsetzen, der ganze Hass, der war gerade in deiner Stimme über die Elfmeter. Genau, erzähl doch mal nochmal. Wir standen so auf der Geraden mit den 50 St. Pauli Fans und die Timbers Fans fahren halt in der Kurve und die haben uns dann in der 75. Minute, wenn man despektierlich sein möchte, würde man sagen, Polonaise, wenn man positiv denkt, so wie ich, in so einem Marsch irgendwie so rübergeholt mit ihren Fahnen und Trommeln und so, das war echt geil, die kamen halt irgendwie rüber und so, so jetzt kommt man mit uns in unsere Kurve und auf das Tor wurde dann eben auch das Elfmeterschießen gemacht. Aber das ist schon geil, wenn die Fans rüberholen und sagen, komm, die letzte vierte Stunde gucken wir zusammen. Das hatte ich irgendwie halt auch noch nicht. Das hat man in Kiel auch versucht letztendlich. Das hat wohl keiner verstanden. Aber du sagst, in Wien-Wiesbaden sollten wir nach 120 Minuten durch sein möglichst. Ja. Notierst. Das kann man so sagen. Seht ihr wahrscheinlich auch in Kümmer. Für dieses Jahr. Diese Saison wird unser Jahr oder umgekehrt. Nächster Punkt, den ich mir auf unsere super ausgearbeitete Agenda geschrieben habe, war Sommerpause und Transfers. Machen wir nicht. Lassen wir weg, wir sprechen bei Magdeburg gleich dann etwas ausführlicher über den einen Transfer. Und damit würde ich Johnny bitten, kurz diese vielen Interseiten zuzumachen, die du auch hast und einmal die Magdeburg-Datei abzuspielen. Welche Serie guckst du denn bei der? Alle. Wir hören Georg und Till, wie sie das 1 zu 0 durch Christian Beek und das 1 zu 2 durch Marvin Knoll sehr fundiert, wie immer kommentieren und das 1 zu 1 durch Christopher Buchtmann, da ist Till dermaßen entsetzt, dass es gerade fällt, dass es eigentlich untergeht. Viel Spaß beim Zuhören. Nimmt jetzt Anlauf und schlägt den Ball hoch und weit zentral über die Mittlinie. Da ist nur Maximilian Ladaly, der kommt an den Kopf weil nicht ran und da gibt es einen Ball und da verschätzt sich Ziereis und Schuss und 1 zu 0 von Magdeburg. Ein ganz, ganz einfaches erstes Gegenkort für den Langer Ball nach vorne gespielt dann verliert Mats Moller-Darly das Kopfball-Duell. Dann gibt es einen langen hohen Ball der Magdeburger. Der Ball springt über Philipp Ziereis hinweg, der verschätzt sich, kommt nicht an den Kopfball heran und es ist glaube ich Christian Beek der da den Ball ungefähr annimmt bei 28, 30 Metern allein noch 10, 12 Meter auf Tor zugeht und dann aus 15, 16 Metern Abschied vom Schützen ausgesehen den Ball trocken rechts unten ins Tor der Sitzel dann Torli gefördert ich denke keine Abwehrchance Nachbarn Alagui der kommt aber nicht dran der Chip war zu hoch angesetzt und dann der schnelle Pass auf die rechte Seite und ansatzlos ansatzlos ein Schuss und der Ball ist links unten im Tor das war so bescheuert dass man das gar nicht reportieren konnte ich habe da nie und nimmer mit einem Schuss gerechnet jetzt könnte man zum ersten Mal gucken ob der gute Herr Knoll mit seinem linken Fuß da irgendwas irgendwie rauszaubern kann am Ball stehen noch als Rechtsfuß Neudecker und Soboter alle drei jetzt also frei oder nicht frei sondern bereit zum Schuss die Mauer der Magdeburger steht und der Schiedsinger Willenborg sagt nochmal die Hände weg vom Ball was die Abwehrmauer angeht Pfeifkonzert hier jetzt der Ball freigegeben Knoll läuft an Schuss und Tor ein unfassbar wunderschönes Tor von Knoll mit dem linken Fuß aus 19 Metern halblinke Position rechts oben in den Giebel 2 zu 1 für den FC St. Pauli in der 81. Spielung ein wunderschönes Freistoß 2 zu 1 wunderschöner Ball So war das in Magdeburg Johnny möchtest nochmal das zitieren was du über Philipp Zia ihm als Entschuldigung quasi nahegelegt hast Das ist mir nicht das ist nicht auf meinen Mist gewachsen sondern eine Hamburger Boulevard Zeitung hat sich das ausgedacht tatsächlich darf man in Magdeburg nicht überall springen im Stadion es gibt da so einige Stellen die da ein bisschen instabil werden könnten der Gästebereich soll angeblich davon ausgenommen gewesen sein beziehungsweise die haben schon da die Verstärkung eingebaut der Heimbereich darf nicht springen und nun hat diese Hamburger Boulevard Zeitung auch dem Ziais angedichtet er hätte das sehr ernst genommen und er hätte das mit dem Springen halt nicht so übertrieben kann man jetzt weiß ich nicht also aber es war schon so ein bisschen alles wie immer oder eigentlich fand ich das Spiel ganz gut bis dahin und dann so ein individuelles Ding völlig unnötige Szene Gegentor Deng ich würde halt den Rest davon gerne also den Rest davon den fand ich halt so gut dass es natürlich ein individueller Fehler sein musste aber danach halt nicht direkt wieder zusammenbrechen und Kopfschütteln zurückkommen sondern tatsächlich wieder mitmachen und weiterspielen das fand ich dieses Mal halt sehr gut das hat mir sehr gefallen dass man danach gesagt hat pass mal auf das ist zwar jetzt nicht so geil gewesen aber wir machen das hier noch ich war sehr glücklich ja nicht aus der Ruhe bringen lassen aber wir können ja mit denen anfangen die Daten waren genau Sebastian und Justus waren da ich würde sagen wir trennen mal Sportliches und drumherum und fangen mit Sportliches an da wir das jetzt ja gerade gehört haben wie war denn die Sicht aus dem Gästeblock auf das 0 zu 1 oder 1 zu 0 eigentlich ganz gut wir standen relativ weit oben es war wieder so ein trichterförmiger Gästeblock von unten nach oben wird immer breiter und oben war es relativ leer wir standen halt relativ weit hinten und es gab irgendwie so einen so einen Pfeiler der gefühlt mitten im Sichtfeld stand aber für mich nur so die hintere rechte Eckfahne ein bisschen abgedeckt hat von daher konnte ich fast zu gut sehen diese Szene das war ja muss ich jetzt jügen das war sogar auf unser Tor zu das heißt das Gegentor fiel vor unserer Nase und wie gesagt alles wie immer irgendwie eigentlich eine relativ lockere Situation man denkt noch so ja den kriegt dann muss er nur richtig zum Kopf bei gehen alles easy wieso fällt der Ball hinter ihm runter und dann war halt der Magdeburger dran und macht ihn rein aber ansonsten ich fand es taktisch glaube ich ganz gut so sehr ich das verurteilen kann ich gucke jetzt gerade mal zu Tim rüber zum Einzelnen von Magdeburg muss man auch sagen das wollte ich taktisch nicht bewerten das war auch von dem Christian Beck das muss man klar erzieher ist der muss den klären aber es war auch echt gut gemacht ja der kriegt den mann damit verdient der Geld wie oft hast du diese Chancen wenn er den nicht macht dann dann kann er die nächste Saison Abschlussfahrt auch noch dann rein als wenn das dann alles so billig ist so nee aber er macht es halt gut also er nimmt den Ball also er geht natürlich im vollen Tempo rein nimmt den Ball mit und es ist also Zander wäre innerhalb von also in einer Millisekunde später wäre er da gewesen also er nimmt den Ball im vollen Tempo mit mit dem Knie liegt perfekt und also das muss man ja auch noch dazu sagen klar Fehler von Ziereis aber die HSV hat es nicht gemacht das ja der Beck war auch letzte Saison zweitbester Torschütze von denen also der kann das schon ziemlich gut das muss man auch einfach sagen ja aber dafür dass die letzte Saison sowas wie 85 Tore geschossen haben fand ich die in der Offensive ziemlich nicht vorhanden außer das Tor ja das ist ja auch auch hier kommen wir wieder zum Unterschied zwischen der dritten und der zweiten Liga das klingt jetzt blöd aber vielleicht spielt man da ein bisschen anders wahrscheinlich aber sonst Rest des Spiels ich meine Bruchtmannstor habe ich nur mit gerechnet dass er den dann A macht und B auch noch trifft ehrlich gesagt dass er A macht und B auch noch trifft was war C das Quizspiel nachher und nach der Pause hatte ich so eine fünf Stunde das Gefühl da hatten nur wir den Ball aber irgendwie nicht so richtig eine Torchance draus gespielt dann verflachte es so ein bisschen Magdeburg kam wieder ein bisschen auf und dann war halt dieser Freistoß den ich im Stadion zugegeben nicht verstanden habe der Magdeburger Trainer auch nicht ja ne ich habe verstanden warum es den Freistoß gibt aber Knoll läuft halt irgendwie so an als würde ihn links um die Mauer schlenzen wollen da habe ich dann nicht so genau hingeguckt und plötzlich war er bei irgendwie rechts oben in der Ecke dann ist es eher der Magdeburger Torwart der deiner Denke gefolgt ist genau aber das ist ja legitim soll er immer so machen die Mauer stand aber auch eigentlich so dass er die andere Ecke hätte schießen müssen also ich stand neben Sven meinem Kollegen und wir haben gesagt Alter die Mauer steht so scheiße den muss er so rum machen dann macht den anders rum und macht den nur noch rein danach haben wir uns davon Fußball verabschiedet aber würdest du als Schiedsrichter denn sagen dass der Freistoß berechtigt war also tatsächlich auch ohne braun-weiße Brille ganz eindeutig weil der läuft also so guter liegt den Ball an ihm vorbei und der läuft ihn einfach um ja also da hat der Herr wie heißt der Häuser von Magdeburg sich zwar drüber ischuppiert hat aber auch gleich gesagt ich habe es noch nicht richtig wieder gesehen ich glaube wenn er es gesehen hätte wäre er dann auch geständig dass man den schon pfeifen sollte also ich brauchte zwei Wiederholungen aber ich lag auch auf der Couch wenn du sitzen würdest wäre das anders ja da gucke ich besser da sind die Augen ich habe uns natürlich mein Fernseher zu drehen aber das geht alles nicht jedenfalls wenn wir über den Schiedsrichter sprechen das 1-0 war ja auch abseits habe ich mir irgendwie sagen lassen ey das war aber so eine doch das war abseits ja wenn ich das schon höre ey Schienbeindicke abseits was für ein Schwachsinn das 1-0 ja da stand Becker tatsächlich wohl Millimeter abseits aber das ist so knapp das kannst du mir sehen ich glaube das hättest du auch mit einem Video Video Assistant Referee nicht overruled also kann ich mir nicht vorstellen ich glaube das hätte gezielt ich bin jetzt das merke ich sofort vierter offizieller nein ich hatte am Wochenende mein erstes Spiel VAR die nächste Woche bist du Video Assistant beim HSV oder wie war das nein ich falle für die zweite das darf ich gar nicht erzählen zweite Dame des HSV tatsächlich oh egal ähm ansonsten kann ich ich hätte vorher Haus und Hof gewettet dass wir da 3-0 verlieren also ich hatte null Erwartungshaltung ich habe aber auch Haus und Hof drauf gewettet dass der HSV gewinnt irgendwie läuft das ganz gut ich habe keinen aus dem Hof mehr aber sportlich ist das gut die Saison wie viele Häuser habt ihr jetzt keins mehr nicht mehr so viele ähm ich fand dann dieser Fehler von CIS habe ich auf dem Sofa gesessen und gesagt ja genau habe ich exakt so erwartet dass das Spiel so läuft dass wir so eine Scheiße zusammen basteln und jetzt kommen mal noch zwei Dinger und das Stadion explodiert und alles ist gut so wie ich es erwartet habe aber mit dem Tor haben wir es dann ja tatsächlich geschafft das Spiel an uns zu nehmen wir hatten weil du eben sagtest Viertelstunde nach der Pause hatten wir den Ball Viertelstunde vor der Pause also nach der Trinkpause aus meiner Sicht hatten wir auch nur noch den Ball und der Ausgleich war tatsächlich fast zwangsläufig auch wenn er dann natürlich in der Entstehungsgeschichte ein bisschen glücklich war super Assist Point aus meiner Sicht an Zander der den Ball einfach geil nochmal holt und dann ja das war der Buchmann hat letzte Saison sehr gefehlt macht er den halt auch technisch schon ganz gut ja was ich schön fand war halt auch der Einsatzstimmte die haben sich halt echt den Arsch aufgerissen sind hinterhergegangen haben versucht in den Zweikämpfe zu kommen und das bei Schmuck gestanden es war schön warm wir haben zwei Statistiken zu Samia Lagu die Johnny erzählt die erste jetzt muss ich wieder mit Buhmann ja du hast eben schon noch meckert also es gab fünf Abseitsstellungen unseres Vereins und vielleicht war er an vier davon direkt betrachtet das ist ja aber auch System bei ihm das macht er ja absichtlich das wäre meine Frage wie gesagt ob das Magdeburg einfach clever gemacht hat ich sage ich auch schon Magdeburg wie ihr das ist ein kurzes A das ist nicht Magdeburg also diese Stadt Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt haben die das einfach cleverer gemacht mit der Abseitsfalle glaube ich nicht was wir gemacht haben zumindest bei Abstößen habe ich das gesehen also ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen da haben wir mit einer Fünferkette gestanden das fand ich ganz spannend das habe ich zum ersten Mal gesehen bei St. Pauli korrigiere mich bitte wenn das schon in der Jugend schon so einstudiert wird dass die Magdeburger Reihe die vorderste Dreierreihe die sind immer mit drei Mann auf die letzte Linie gegangen bei Abstößen bei unsern ja bei Abstoß Magdeburg sind die immer sind die immer auf die letzte Linie gegangen und Knoll ist damit reingerückt und die haben sich ganz eng zusammengezogen und direkt mit dem Abstoß sind die drei Magdeburger in Manndeckung genommen worden und zwei Inverteidiger also meist haben es tatsächlich Ziereis und Abwurken haben sich direkt nach hinten fallen lassen die haben das also direkt einfach so als Absicherung abschirmen lassen weil sonst hast du halt wenn du da mit vier Leuten stehst Knollrück nicht mit ein und dann verlierst du irgendwie den Ball dann bist du auf einmal also dann hast du richtig ein Problem wenn da irgendwie der lange Ball kommt und der irgendwie durchflutscht oder so aber so ist halt also mein Eindruck war dass auch schon in der dritten Liga dass Magdeburg auch gerne eben über die viel über lange Bälle gespielt hat und auch viel einfach die schnellen Außen eingesetzt hat und das haben sie auf jeden Fall komplett rausgenommen da in dem Spiel allein schon also ich habe das nur bei den Abschüssen gesehen im Fernsehen ist ja immer ein bisschen doof weil du nie das ganze Spielfeld siehst aber da hat man das ganz gut gesehen also das hatten wir im Griff wo du Knoll erwähnst du hast doch eh immer alle Statistiken dabei wie viele Kilometer ist denn da gelaufen ja das ist ja eine komplett unwichtige Statistik ja aber was was ich damit sagen will ist Alter hat der sich reingeworfen um es mal pauschaler zu machen also Knoll war bei dem fand ich das ganz interessant der hat voll also wie der wie der sich verändert also wie die Position verändert wurde die haben ja mit diesem 4-1-4-1 angefangen und dann ist Knoll irgendwann ist kurz aber ist nicht plumm dann auf Knolls Ebene also die haben ja eher genau die ist kurz kurz nach dem 1-0 oder kurz vor dem 1-0 ich weiß nicht ob das eine Reaktion aus Einzelwahl ist machen die sich also eigentlich war Knoll immer direkt vor der Viererkette und dann sind sie aber ist Knoll ein bisschen auf links rausgefallen und dann hat sich sozusagen eine Dreierkette mit Zieheiß und Abwehrbohr gebildet dadurch konnten die Außenverteidiger viel höher viel höher und dann hat sich Buchtmann manchmal auf Flumen haben sich die Bälle dann tief abgeholt und das hat auf jeden Fall besser funktioniert als später also die die zweiten 20 Minuten oder die zweite Hälfte der ersten Hälfte hat auf jeden Fall besser funktioniert da haben wir auf jeden Fall mehr Zugriff gekriegt so und genau das hat mit Knoll ziemlich gut funktioniert und der hat halt auch immer hat man ja auch alles gelernt Deutschland, Mexiko Rückverteidigung und so also er ist auch immer nicht er ist also da war ja da war ja das Problem dass bei Ballverlusten dass nur Boateng und Hummels dann da waren und die halt einfach ich weiß noch nicht mal von welchem Spiel du redest Deutschland, Mexiko jetzt bei der Weltmeisterschaft 1986 das ist das für eine Frage das ist sand egal aber da waren auf jeden Fall da waren sie also da ist Knoll mit hinten reingerückt und dann hatten die halt also waren die für die Rückverteidigung gut aufgestellt oder nicht kannst du überhaupt folgen was du dir sagst hast du Deutschland ich hab's Spiel nicht gesehen aber was ja generell häufig in der FZM Polyfan-Gemeinde Annahme ist ist dass Sami Alagri abseits immer noch nicht kapiert hat magst du mal der geneigten Zünderschaft erklären dass Stürmer durchaus absichtlich hinter der Linie stehen können also grundsätzlich ist das ein taktisches Mittel was mich ein bisschen daran stört weil aus Justus Mund kam ja auch schon der Name Sami Alagri ich finde wir sollten jeden Spieler so akzeptieren wie er ist und ich hab das zum Beispiel bei Christopher Nöte gelernt da war ich noch Co-Trainer und natürlich kann man Spieler anhand seiner Körpersprache irgendwo bewerten und da hat Sami sicherlich Potenzial aber Sami war schon immer so und wenn ich mir die reinen Werte von Christopher Nöte angeguckt habe war er der Spieler mit den meisten Sprints war er der Spieler mit den meisten Torabschlüssen war er der Spieler der du hast ja auch da noch tolle Statistiken stehen mit 53% gewonnene Zweikämpfe ist das viel oder wenig für den Stürmer immens viel so das ist ein überragender Wert 53% gewonnen mit Zweikämpfe als Stürmer den Stürmer hätte ich gern bei mir in der Mannschaft Sami ist ein super Typ du hast ihn doch kennengelernt ja ich meinte das auch nicht negativ ich weiß aber Leute ich höre das doch auch und ich kriege das doch auch mit dass viele sich gerne auf ihn einschießen ich möchte da gerne mal eine Lanze für ihn brechen der ist selber auch unzufrieden gewesen mit der letzten Saison natürlich will der auch mehr Tore schießen so und das kann kann jeder für sich selbst entscheiden woran das lag ich glaube Sami ist halt ein Spieler der dann glänzt wenn eine Mannschaft gut Fußball spielt und häufig im letzten Drittel des Gegners ist und das waren wir letztes Jahr wenn wir ehrlich sind nicht so häufig so und dann ja dann da müssen wir halt wieder hier Masse Rat zurückholen der hinter jedem Ball herrennt und der vielleicht auch mal ein Tor schießt aber Sami hat eine brutale Qualität in der gegnerischen Box und ich würde mich wahnsinnig freuen wenn er dieses Jahr einfach viel mehr Chancen bekommt und auch mehr Chancen nutzt keine Frage aber also jetzt nur aus diesem wie lange sind wir dabei Stunde also in meinen Augen ist das der falsche Weg Ferma den Sami Al-Aoui mit irrennigen Statistiken zu konfrontieren weil das ist ein super Spieler und ein guter Typ und der wird hoffentlich noch viele Tore für uns schießen und ich glaube auch er ist in der Rolle in der er jetzt gerade wieder der am Samstag eingesetzt wurde einfach auch ein bisschen verloren das war jetzt der personellen Not geschuldet und wenn er etwas zurückgezogen hinter den Spitzen spielen darf dann wäre er noch deutlich effizienter als er es jetzt als alleiniger Stoßstürmer ist ich habe mir tatsächlich was notiert dass es zweimal in der ersten Halbzeit vorgekommen dass es mir aufgefallen ist vielleicht ist es noch viel häufiger passiert St. Pauli hat eigentlich so im 4-4-2 verteidigt dass immer so Buchtmann und Alagi so angelaufen sind und wenn der Ball dann auf die linke Seite rübergegangen ist Niemeyer über den übrigens auch das 1-1 entstanden ist den haben sie immer vollgepresst also da haben sie sich wohl entschieden das ist die Schwachstelle da im Aufbau dann ist Flum damit rausgegangen aber es war auch mindestens zweimal der Fall dass eben nicht Buchtmann und Alagi vorne waren sondern dass Alagi rechts oder links mit rausgefallen ist wenn Mölle Dali oder Sovota da mit vorne drin waren und da hat er zweimal tatsächlich direkten Ball gewonnen also im direkten Zweikampf weil du da deine Zweikampfstatistik hast da hat er zweimal hat er gerade auf den Außen genau da wo sie den Ball auch hin haben wollten also wo sie es halt hingeschoben haben da hat er genau den Ball gewonnen und da habe ich gedacht so ja das wäre mir wahrscheinlich oder ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen dass er da in den Rollen auch einfach einen total wichtigen Part also gerade was was das Umschaltspiel angeht fast den wichtigsten Part nämlich den Ballgewinn da irgendwie erfüllt das fand ich schon bemerkenswert also also ich bin weiter Team Sami du nicht jetzt bin ich der Buhmann ja ich will mich jetzt hier zu einer Wette herausfordern wir haben uns davor du weißt das ich noch genau 1 Euro im Portman wir können ja bis Saisonende ich sage er macht mindestens 10 Tore wir sehen dich ja nochmal was sagst denn mindestens mindestens 10 oder muss ich mehr sagen 10 Tore in der Liga es gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser sein Auftreten das komplette halt durchgehen das wirklich auch wieder zurücklaufen und sowas das gefällt mir viel besser als vorher 10 hatte ich für hochgegriffen ja dann ja um was wettet ihr denn jetzt das musst du jetzt sagen das muss ich jetzt sagen ja komm oh mein Gott schön kalte Hände ein Tag Telefondienst im Fernland die ganzen Leute ab wenn wir die Retterschürze machen was ist der Gewinner oder der Verlierer machen der Verlierer ich würde ja einwerfen man soll die Indigantoren messen aber jetzt ist zu schlimm ja ich sage nichts mehr alles gut machen wir so womit wir das sportliche glaube ich größtenteils abgehalten hätten außer halt besagten Neuzugang Marvin Knoll du hast es schon so ein bisschen angeboten teasert Sebastian der hat sich auf den Platz unheimlich reingehüllt ich glaube es ist genau das was man sich stürmer hat das nach dem Spiel auch mit er wie gesagt von ihm erhofft halt so als Führungsspieler und er hat halt auch noch eine kleine Standardstärke offenbar ja ich war wie gesagt ich war sehr zufrieden ich hatte den als unangenehmen Gegenspieler sozusagen in Erinnerung also es ist immer so dieses wenn man sich an das Spiel gegen den entsprechenden Gegner erinnert und denkt ja den mochte ich damals nicht das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen und er ist ja mit sehr viel Vorschuss Lobbieren gekommen und ich finde die hat er sich völlig verdient mit diesem einen Spiel jetzt zumindest erstmal irgendwie hat es sehr eingebracht hat fand ich sehr konstruktiv gespielt ich weiß jetzt die Passquote nicht aber so das sah alles wirklich gut aus Johnny Cook danke ja gut der Standard das da drin war ist dann halt so ein bisschen the icing on the cake quasi aber ne insgesamt macht einen extrem guten Eindruck scheint irgendwie in der Mannschaft auch integriert zu sein mir hat es gefallen aber Tim siehst du ihn denn auch eher als Sechser den er gespielt hat und ich hätte jetzt eher gedacht er füllt wirklich 1 zu 1 Sobis Position und geht als Innenverteidiger meinetwegen an der Seite von Zierais irgendwie in die Saison und Abelwoar ist eher das Backup so hätte ich es gedacht ne ich sehe ihn überhaupt nicht also ich sehe ihn genau da an der Rolle wo er ist also hatte ich ja vorhin gesagt dass er auf so eine Art Metamorphose durchgegangen ist weil sie mit dem 4-1-4-1 angefangen haben und dann später im Aufbau auf so eine Dreierkette hinten umgelswitcht sind und auch in der Rückverteidigung mit der Dreierkette gespielt habe da passt er halt total gut rein weil er ich glaube seine Stärke ist im Spielaufbau also vor allem im Spielaufbau zu suchen bei Lasse Subic würde ich sagen da ist seine Stärke vor allem in der reinen Defensivarbeit zu finden also nicht unbedingt der Spielaufbau ich glaube wenn Lasse da hat er noch Potenzial so in der Richtung und ich glaube bei Marvin Knoll der ist für der ist für Zweitliga-Verhältnisse hat er echt schon also hat er auch eine Ruhe am Ball die er echt auch ausstrahlt und die hat uns gerade in der Position im Spielaufbau habe ich immer den Eindruck hat uns die so ein bisschen gefehlt diese komplette Ruhe wir haben letztendlich so wahnsinnig viele Ballverluste in dem Bereich gehabt gar nicht unbedingt durch den Zweikampf sondern eher dann durch Fehlpässe dass da wo man manchmal dachte vielleicht doch noch mal lieber hinten rum bevor man irgendwie jetzt schon den Risikopass spielt ich könnte mir vorstellen dass er da eigentlich ziemlich gut reinpasst und ich hatte den Eindruck dass die ganze Truppe irgendwie vielleicht nicht nur unbedingt durch ihn sondern einfach durch eine gute Vorbereitung und womöglich auch durch einen guten Trainer oder durch eine gute taktische Einstellung dass die einfach also dass die einfach einfach wahnsinnig also einfach deutlich mehr Sicherheit hatten als letzte Saison ich meine klar ist irgendwie auch den Reset-Button gedrückt und man hat nicht eine Niederlagenserie und was weiß ich wie viele Spiele ohne Tor und das Heimpublikum hat noch nicht bei jedem Pass geraunt und so also das ist halt einfach also es hat mir gefallen insgesamt fand ich im Übrigen auch den Spielaufbau hintenrum wesentlich fluider also es wirkte letzte Saison oft so dass die gerade die Innenverteidigung sich sehr lange überlegt hat wo spiele ich jetzt den Ball hin dann kam irgendwie der Pass dann wieder der Prozess was mache ich denn jetzt hin und her gucken dann wurden die irgendwann angelaufen dann wurden sie nervös dann kam wieder der Pass zurück zu dem anderen Innenverteidiger so das war vorgestern deutlich schnellere Entscheidungen und die dann auch ein bisschen mit mehr Abwechslung weil natürlich auch mehr Stationen da waren weil eben Flum und Knoll sich auch häufig zurückfallen haben lassen und dann auch aktiver eingegriffen haben fand ich als zum Beispiel Nährich der das letzte Saison ja auch ein paar Mal versucht hat dann mit ihm zurückfallen lassen und vielleicht auch die ihre Stärken dann noch ein bisschen stärker im Spielaufbau haben als Nährich der vielleicht eher der destruktivere Spieler ist sag ich mal ich meine spannend wird es halt gegen wenn man Freitag das Spiel geguckt hat Kiel gegen HSV dass sie da ich meine da ist massiv vorne gepresst worden also da wirst du auch also von wem von beiden also und die haben auch beide dann trotzdem trotz des offensiven Pressings haben sie versucht mit Hochrisikopässen da hinten rauszukommen einfach nur weil sie dann wenn sie denn da durchkommen irgendwie gleich fünf oder sechs Leute überspielt haben und das da weiß ich nicht ob wir dann noch da die also da den Mut haben da durchzuspielen oder dann doch lieber der der gern auch auch gegen Magdeburg gern genommene Schippball auf auf Allage genommen wird und dann auf den zweiten Ball gepresst wird das kann ich mir vorstellen dass wir das auch noch also das ist einfach ein Stilmittel was besonders in der zweiten Liga eine hohe Beliebtheit hat und also ja machen wir uns nichts vor es ist ja auch eine Zweitliga-Trucke ohne negativen Ton aber der HSV ist jetzt auch eine Zweitliga-Trucke das würden wir auch dazu sagen im Übrigen eine Chancenverwertung wie ein Stück Rot also der HSV ja gut abschließend sportlich vielleicht erster auswärts gedrehter Rückstand seit letzter Spieltag 16-17 in Bochum beim Spiel um die mehr oder weniger Golden Ananas kann gern so weitergehen wir können aber auch einfach so gewinnen ohne Rückstand zu gehen womit wir bei ich habe es hier An- und Abreise im Chaos stehen während Justus magst du noch mal ganz kurz erzählen warum wir hier heute die Biereinnahmen an die Braunweißhilfe spenden im Einzelnen ja also es war gar nicht die Anreise die Anreise war problemlos würde ich behaupten sondern es war vor allem die Abreise ich kann da auch nur aus zweiter Hand erzählen weil ich war mit dem Bus da und das war problemlos aber es hat sich eben eine große Gruppe sagen wir mal 300 oder so eben auch mit dem Zug auf den Weg gemacht und auf dem Rückweg wurde halt schon vor während des Spiels mit uns besprochen dass die schlauste Art der Rückreise wäre die Fans gehen nach Herrenkrug wie das ja auch auf der Hinfahrt so angedacht war dass man da eben zu Fuß hingehen kann und dann fährt man gar nicht über Hauptbahnhof sondern man fährt zu einem in Hamburg wäre es wahrscheinlich ein S-Bahnhof keine Ahnung wie das in Magdeburg heißt so ein Regionalbahnhof Neustadt fährt um eben den Hauptbahnhof gleich zu umgehen und der Zug der dann nach Uelzen genommen werden soll der hält da eben also der kommt schon vom Magdeburger Hauptbahnhof und hält eben auch Neustadt und dann kriegt man noch den Zug der halt sonst sehr schwer zu kriegen sein soll weil es halt zeitlich gar nicht passt und so haben wir es dann auch an die Fans weitergegeben und ja alles klar dann machen wir das so ist ja für alle am schnellsten und entspanntesten das wollten ja auch irgendwie alle nach Hause nach dem Spiel logischerweise und dann gehen die Leute also nach Herrenkrug und der Zug ist aber zu klein der dann da ein fährt also man kann können zumindest nicht alle mit diesem Zug nach Neustadt überhaupt fahren und es wird dann hin und her überlegt die Leute steigen wieder aus weil angesagt wird der nächste Zug fährt direkt nach Uelzen der da hält ja alles klar Leute raus und dann ach so hier gibt es aber gar keinen Zug der direkt nach Uelzen fährt das war wohl eine Fehlinformation aber super und dann sind halt schon Leute nach Neustadt gefahren und die anderen sollten halt in den nächsten Zug der fünf Minuten später kam oder so dann eben nachreisen sozusagen Neustadt treffen sich alle wieder steigen den Zug nach Uelzen und los so dann steigen alle in den nächsten Zug da steht irgendwie ein drauf fährt nach Braunschweig alles klar meine Kollegin Marleen telefoniert nochmal und fragt der hält jetzt auch wirklich in Neustadt der nächste Zug ja ja der nächste Halt ist Neustadt alles klar super alle rein los alle einsteigen alles klar alle steigen ein Tür gehen zu nächster Halt Magdeburg Hauptbahnhof ja super das ist super da auszusteigen jetzt bestimmt auch nach dem Spiel und genau so super war es dann auch und man landet da auf irgendeinem Abstellgleis ist jetzt Quatsch aber auf jeden Fall auf so einem Gleis relativ am Ende und die Polizei die da ist ist völlig aufgeregt weil keiner irgendwie damit gerechnet hat dass da jetzt St. Pauli Fans ankommen klar die sollten ja auch Neustadt aussteigen wo der Zug aber nicht hingefahren ist ja und dann wurde sofort dann war dann auch genug Polizei da um halt alle St. Pauli Fans zu kesseln irgendwo mitten in der prallen Sonne auf so einem noch nicht mal Bahnhofsvorplatz sondern so ein bisschen daneben und wie es im Polizeijargon so schön heißt Fair und Entsorgung war aber nicht möglich also man konnte sich weder was zu trinken kaufen noch konnte man irgendwie pinkeln gehen und dann ist das was ich vorhin schon kurz erzählt habe meine Kolleginnen und mein Kollege die da waren Jakob und Marleen waren die einzigen die irgendwie dann sich durch Ausweis und so aufmerksam machen konnten und sozusagen zumindest rein und raus konnten und irgendwann mal zu irgendeinem Kiosk die Stimme aus dem Auf da ist Justus kurz weg während er erklärt dass seine Kollegen dann aus dem Kessel heraus Getränke holen konnten mussten und eben dadurch dann auch die entsprechenden Kosten entstanden die wir durch die Spende wieder reinholen wollen und er sitzt dann gleich wieder an und erzählt dass man eben nicht in allzu engem Kontakt meistens mit der Polizei stand bei Auswärtsspielen was aber diesmal ein bisschen anders war aber eben trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis erzielte weiter geht's sehr engen Kontakt mit Polizei aber bei dem Spiel waren wir es halt weil das ja auch alles ein bisschen da sind Busse hier sind Zugfahrer und Magdeburg ist ja jetzt auch nicht irgendwie Sandhausen und deswegen war man da schon im Austausch und wir waren sogar vorher irgendwie auf der Sicherheitsbesprechung Dienstag nach Magdeburg gefahren sind nach Magdeburg gefahren und das machen wir eigentlich fast nie bei Auswärtsspielen dass wir vorher irgendwie da hinfahren um Sachen zu klären weil das eigentlich nicht nötig ist und offensichtlich war es auch da nicht nötig das ist ja nötig aber wir haben halt den Aufwand betrieben um das irgendwie gut vorzubereiten aber es ist uns zumindest nicht gelungen das irgendwie schlau vorzubereiten oder uns ist es gelungen aber es wurde nicht umgesetzt so ist das gut in Anbetracht des Sauerstoffzustandes ich kriege schon Pausezeichen ich würde aber folgendes anbieten wir machen jetzt das Quiz weil dann kriegt ihr das Bier was ihr in die Pause mitnehmen könnt muss ich aufstehen ne so dazu dazu hole ich mal 10 tolle Fragen raus und ich hoffe ich finde 10 Freiwillige die in einem ultimativen super Sonder Mega Quiz gegen Timo Schulz also es tut keinem weh wenn ihr eure Frage richtig beantwortet es sind Fragen ich sag mal rund um das St. Pauliumfeld wenn ihr eure Frage richtig beantwortet gegen Timo Schulz dann könnt ihr erstens kriegt ihr richtig viel Fang weil ihr habt eine Frage gegen Timo Schulz richtig beantwortet und zweitens kriegt ihr ein Bier und das kommt da auch noch dazu Timo Schulz ist sozusagen der Joker für die Magdeburg-Soli-Aktion weil wenn Timo Schulz die Frage richtig beantwortet dann zahlt jeder von uns einen Euro in die Spendenkasse hier ein das habe ich euch jetzt noch nicht erzählt du kriegst auch noch ein Bier vielleicht wenn du oder 10 oder 10 je nach vielleicht sind da zwei Fragen je nachdem wie viele Freiwillige ich finde also ich setze mich erstmal hier hin hier wird ein Platz frei und ich gehe per Handzeichen ich suche mal den ersten Freiwilligen das ist nicht euer Ernst komm ja siehste jünger Mann ich kenne sie jünger Mann ich bin mir unbekannter fremder Blonder stellen sie sich kurz vor das ist Philipp hallo ich bin hier der erste Freiwillige hallo hallo ich bin großer Fanboy wir kennen uns gar nicht sie sehen mir sehr ähnlich das ist mein Bruder übrigens war auch schon abgesprochen so dann kommen wir also ihr habt die Fragen zusammen ausgearbeitet ja genau sind das die Antworten das sind die genau das sind die Antworten dann stelle ich dir einfach mal dann machen wir es einfach mal so du hast sogar zwei Chancen also auf zwei Bier du kannst deinen Nachbarn da in dem blauen Trikot dem kannst du auch noch ein Bier gewinnen der ist jetzt besonders heiß gut und ich fange einfach sofort an nee wir haben was vorbereitet Johnny ich dachte erst wenn ihr euch was überlegt achso na gut dieser blecherne Sound ist das wie aus der Dose also bei der bei der ersten Frage möchte ich ja bei der ersten Frage brauche ich eine genaue Zahl ich sage immer an ob das eine Schätzfrage ist oder eine eine genaue Antwort brauche bei der ersten Frage brauche ich eine genaue Zahl genaue Zahl von euch also Timo erst einmal herzlichen Glückwunsch du hast im März 2018 deine Ausbildung zum Fußballlehrer mit Erfolg abgeschlossen wir alle sollten uns also mit Hochachtung vor dir als zertifizierter Fußballfachmann äh Fachmann des Fußballsports verneigen wir könnten aber auch sagen Mensch Timo Fußballlehrer das ist so Mainstream Alter hat doch fast jeder hier auf St. Pauli denn hier ist die Dichte an zertifizierten Fußballlehrern besonders hoch wie viele zertifizierte Fußballlehrer sind beim FC St. Pauli angestellt also wer die Folge mit Roger Stills auswendig gelernt hat könnte es wissen Timo Timo sagt er weiß es bitte neun das ist absolut richtig ja ich sag dazu du verdienst dir dein Bier wenn du jetzt alle noch einzeln aufzählst Ewald Markus Markus also Kautschinski Gellhaus Trudeln Stilz Schulz Stöber Filipkowski und wir haben glaube ich offiziell noch Stefan Studer genau wir sind nur offiziell der ist ja aha so sieht man wir sind nur neun was ist mit Andreas und was ist mit Schulz hat er gesagt Schulz hat er gesagt der Esel immer zuerst ja genau absolut richtig Philipp tut mir leid aber das schöne ist du hast noch eine zweite Chance Frage Nummer 2 das heißt wir müssen jetzt schon einen Euro zahlen wir müssen schon einen Euro zahlen machst du ich hatte ja gar keine Antwort also wenn das Niveau der Fragen so bleibt dann geht es so jetzt kommen wir zu einer Schätzfrage schmeckt übrigens gut das Bier kommen wir zu der Rubrik wie gut kennt Timo Schulz einen Spieler namens Timo Schulz wir starten mit einer Schätzfrage Timo du hast insgesamt drei Spielzeiten drei in der zweiten Bundesliga gespielt dabei hast du in 69 Spielen auf dem Spielfeld gestanden natürlich hast du viele aber nicht alle diese Spiele über 90 Minuten bestritten wie viele Minuten hat Timo Schulz in der zweiten Liga auf dem Platz gestanden du darfst zuerst antworten der der Gast als zweites einmal kurz rennen ich sag es nochmal drei Spielzeiten 69 Spiele wie viele Minuten ich bin jetzt schon ausgestiegen jetzt können wir die Jeopardy Melodie halten es dauert noch ein bisschen hier haben wir einen Timer wie lange darf man brauchen ich werde ihr gleich eine Antwort antworten 4870 4870 4870 also 4870 sagt Timo was hast du Philipp ich also ich ohne dir jetzt was zu sagen aber ich ich würde zum Beispiel sowas wie 4869 oder 4871 sagen logischerweise meine meine Idee jetzt ich sag 4871 also mehr ja mehr die richtige Antwort ist 4149 genügend ich bin überschätzt ja überschätzt aber aber mal die richtige Antwort von Timo Schulz Philipp vielen Dank aber das das Bier kannst du den den der der jetzt die Hand hochhebt dem kannst du es geben Frida ja du genau Dankeschön so ich habe noch weitere Fragen gibt es weitere Freiwillige nein hier sind keine es sind keine schlimmen Fragen mehr hier Ion also nächste Frage es ist wieder eine Schätzfrage Timo darf wieder anfangen und wir sind weiterhin bei der Rubrik wie gut kennt Timo Schulz einen Spieler namens Timo Schulz Timo bist du eigentlich besser als Spieler oder als Trainer das ist noch nicht die Frage Moment als Trainer ich muss dir nämlich sagen dass du rein aus punktetechnischer Sicht deine Zeit als Zweitligaspieler besser ist als deine Zeit als Trainer unserer U17 war echt dein Punkteschnitt als Spieler Achtung aufgepasst liegt bei 1,58 Punkten pro Spiel oh das ist gut wie ist denn dein Punkteschnitt als Trainer der U17 das reicht leider nicht als Antwort in diesem Fall wir hätten wieder Zeit für die Jeopardy Melody oh ja ich finde das Nachdenken von Timo Schulz viel besser das haben ja unsere Hörer im Podcast das ist ja mir egal du meinst die rauchenden Köpfe die hört man auch im Podcast das kann ich die Klimaanlage gut bevor jetzt alle ich sag's genau alle 85 Spiele dann nochmal rekapituliert würde ich sagen wir brechen das jetzt ab und du sagst mir jetzt eine Zahl 1,28 1,28 mehr du sagst mehr Timo Schulz hat als Trainer der U17 des FC St. Pauli 1,39 Punkte pro Spiel herzlichen Glückwunsch wunderbar Moment Moment und Prost das Schöne ist ja du kannst noch ein zweites Bier gewinnen und du kannst uns nochmal die Chance geben nicht noch mehr Geld in den Pot zu werfen wir haben nämlich noch eine weitere Frage aber jetzt ist nicht mehr jetzt ist nicht mehr die Rubrik wie gut kennt Timo Schulz Timo Schulz sondern die nächste Frage ist so eine allgemeine Frage die eigentlich natürlich jeder aus dem FF beantworten könnte wir alle in diesem Raum kennen diese Aussage meist von Dagi gesprochen damit ist das Millern Tor mal wieder ausverkauft wie viele Personen müssen denn am Millern Tor sein damit es ausverkauft ist soll ich sagen du darfst zuerst sagen 29.543 was sagst du 29.500 es sind 29.546 aber Timo hat damals die Runde gewonnen sicher hast du nachgezählt ja ja ich hab da ich hab alle mir möglichen ich hab noch nicht beim Verein angehoben aber es sind 546 jetzt hab ich ja auch seit heute müssen Kinder ja auch ein Ticket haben wirklich aber ich zähle nicht also Schoßkarten Schoßkarten sind sonst du musst eine haben ich glaube du versichert bist oder warum ja also der Verein muss aus Sicherheitsgründen wissen wie viele Leute im Stadion sind so viel dazu du hast dein Bier gewonnen herzlichen Glückwunsch du hast jetzt noch eine Person mit deinem Bier ja direkt daneben der Kollege der kriegt dann auch ein Bier obwohl ich ihn nicht kenne aber das ist der Kollege so wir suchen nochmal einen oder eine Freiwillige jetzt kommen wir zu der Rubrik Moment was haben wir berühmte Spiele des FC St. Pauli wer möchte Afro was ist ich bin Marc von Penglub Unterlinden für die Geheimgebliebenen sehr gut Marc ich stelle euch jetzt eine Frage zu berühmten Spielen des FC St. Pauli bei dieser Kategorie ist es erlaubt sofort die Antwort zu geben sobald man der Meinung ist die richtige Antwort zu kennen also bei welchem Spiel trat der FC St. Pauli mit folgender Aufstellung an ich lese jetzt die einzelnen Spielernamen vor und ihr werdet mir irgendwann sagen welches Spiel das war ihr ruft den Namen des Gegners oder ihr dürft den Namen des Gegners um Entschuldigung ihr dürft den ich gehe davon aus es reicht einfach nur den Namen der Spieler zu sagen also Heinz Weber Daniel Scheinhardt Holger Stanislavski André Trulsen Nürnberg Nürnberg ist richtig 20.05.2001 Aufstieg in Nürnberg ich hatte also ich persönlich als ich die Frage stelle habe ich gedacht das ist erst als wenn ich die Auswechslung hervorbringe und sage dass in der zur Halbzeit Dennis Bares eingewechselt wurde hatte ich gedacht dann kommt man erst drauf aber du bist halt ein echter Experte Timo das wäre die einzige Partie gewesen der drei Spieler die ich wüsste das war doch nicht sowas so und weil es so schön ist machen wir gleich noch ein Spiel Olli steht da ganz unglücklich mit einem Bier in der Hand achso Entschuldigung ja siehste guck mal so einfach ist das Mike du zählst die Kasse was wir sind wir jetzt schon bei 4 Euro glaube ich also nächstes Spiel Finn Bartels oh gut Charles Taki Max Kruse Alemania Aachen Alemania Aachen ist leider falsch wie oft darf man denn antworten ist er jetzt raus das hatte ich ja das hatte ich bisher noch nicht überlegt nein er hat noch eine Chance aber nur eine noch Matthias Lehmann Fabian Boll Gerald Asamoah HSV da warst du absolut richtig du meinst natürlich den Derbysieg im Volkspark ja natürlich damit herzlichen Glückwunsch zu deinem Bier so vier Fragen habe ich noch Frida komm was ist Frida wir kommen jetzt zu der Rubrik oh berühmte Spieler alles Experten immer hinterher alles besser wissen aber auch mal hier ich zähle sonst bis drei und wir machen Pause ist mir egal Janik sehr gut schickes T-Shirt grüße grüße so also wir sind immer noch wir sind immer noch in dem Modus dass man die Antwort sagen darf sobald man sie weiß oder meint sie zu wissen aber falls sie falsch ist hat man keine Antwortmöglichkeiten mehr das hat sich jetzt ein bisschen geändert im Vergleich zu den Spielen jetzt hat er nicht Johnnys Beitrag weil er hat noch als 50 ja nur noch ein Euro jetzt hat er kein mehr jetzt hat er minus 4 glaube ich wie soll ich das zu Hause erklären ganze Taschengeld für den Monat also Rubrik berühmte Spieler Timo weißt du wer am 6.05.2008 beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hinter dir in der Innenverteidigung sein allererstes Probispiel stritt 6.05.2008 in der Innenverteidigung erstes Profispiel gegen Kaiserslautern ich habe schon gehört ganz genau Schnecke Kaller war es das war aber nicht die Frage Schnecke Kaller hat damals deine leichtfertigen Ballverluste bereinigen müssen er ist damit mit Abstand der dienstälteste Profi der ersten Mannschaft des FC St. Pauli ich betone der ersten Mannschaft des FC St. Pauli und hat kürzlich sein 15-jähriges St. Pauli Jubiläum gefeiert wer ist denn eigentlich der zweigdienstälteste Profi der ersten Mannschaft des FC St. Pauli nein ihr müsst nicht anfangen jetzt wer von euch weiß der sagt ich schwank jetzt zwischen zwei der eine ist nämlich erst während der Vorbereitung gekommen wir sind beide erst während der Vorbereitung gekommen ich kann dazu sagen sie sind beide in der Sommerpause 2012 gekommen wie lange waren sie denn da Buchtig oder Himmelmann einer von beiden dienstälteste heißt sie sind immer noch da genau zweitdienstälteste heißt sie sind immer noch da ich sag Buchtig Christopher Buchtmann ist falsch dann ist Himmelmann Himmelmann ist richtig genau ich würde dazu sagen Boba Ehe Robin Himmelmann das wohl wie bei Ihnen oder 11.07.2012 Christopher Buchtmann ich glaube 1.08.2012 wir haben die beiden in der Sommerpause verpflichtet das weiß ich noch ein Buch die ist dazu gekommen aber Robin hat ganz lange Probetraining gemacht ich weiß gar nicht ob der schon voll verpflichtet war das sind Vereins mit Kaller die kennen wir gut um deine Ehre zu berühmten Spielern zu retten Timo kannst du jetzt natürlich noch einmal die richtige Antwort geben denn wir sind weiterhin bei Schnecke Kaller trotz dieser langen Zeit die Schnecke Kaller schon bei uns ist hat er bisher leider nur 154 Spiele für den FC St. Pauli gemacht Verletzung verhinderten viele Einsätze damit hat er nicht einmal halb so viele Einsätze wie der Rekordspieler des FC St. Pauli mit 409 Einsätzen Wer ist denn Rekordspieler des FC St. Pauli André Trulsen André Trulsen ist richtig okay ich gebe zu das war anscheinend zu einfach für dich nächstes Mal überlegen wie das schwer ist aber du hast ein Bier die Zählung sagt 5 Euro und wir suchen noch einen Abnehmer für ein Bier suchen wir vor allem achso guck mal dein Bruder ja der sieht so durstig aus so letzter Teilnehmer Teilnehmerin ich sage ich gebe ein ich gebe ein bisschen es hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun bevor also bevor ich böse Blicke bekomme bitte guck mal wir haben ein bisschen zu tun Moin Hi Tim Timo Tim Timo ich bin auch Tim okay zwei Fragen die erste das ist so hat so ein bisschen naja ist ja egal stell dir der Übersteiger wir kennen ihn alle wird diesen September mit einer großen Sause im Knust sein Jubiläum feiern im August 1993 ich hoffe ich habe das nicht falsch recherchiert weil ich war damals sechs Jahre alt ich muss ja nochmal kurz sagen Mathematik also also vor 25 Jahren erschien die erste Ausgabe welch beeindruckende Zahl wie viele Ausgaben des Übersteiger sind denn seitdem erschienen das ist noch nicht die Frage das ist die Frage und ich überlege mir wenn jetzt in 10 Sekunden keine Antwort kommt dann mache ich daraus einfach eine Schätzfrage 275 275 ist leider falsch ist ja auch keine Schätzfrage damit hast du die Runde gewonnen Timo nein es ist keine Schätzfrage bei einer Schätzfrage hättest du zuerst was sagen müssen genau wer weiß die richtige Antwort ist noch weniger 128 ist ganz nah dran das waren wir beim letzten Jahr ich habe irgendwo schon die richtige Zahl gehört 132 ist genau richtig und aber aufbauend auf diese Frage bevor hier erstmal da wird ein Bier verteilt hier hast du ein Bier verdienen komm auch rein hier vorne ja so und jetzt kommen wir zur wahren Mathematikfrage der Melanchthon ist im Vergleich zum Übersteiger noch relativ jung ihr seid heute alle live bei der Aufnahme der Folge Nummer 56 zu gehen allerdings erscheint der Melanchthon häufiger im Jahr während der Übersteiger nur viermal pro Jahr erscheint viermal ist ganz schön viel Arbeit kann ich euch sagen sind es beim Melanchthon 14 Sendungen pro Jahr ich habe das mal jetzt festgesetzt auf 14 Sendungen pro Jahr und nun wird er die Sinatzen im Großhirn aktivieren zum Ende dieses Jahres wird der Übersteiger die Ausgabe 134 und der Melanchthon die Ausgabe 64 erreicht haben habt ihr ich wiederhole es nochmal super Frage ich wiederhole es zum Ende diesen Jahres wird der Übersteiger die Ausgabe 134 und der Melanchthon die Ausgabe 64 erreicht haben in welchem Jahr überholt der Melanchthon denn den Übersteiger in Bezug auf die Anzahl der Ausgaben Schätztfrage nein 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 ich möchte die 14 pro Jahr ist doch angesetzt der Melanchthon hat 14 Folgen pro Jahr der Übersteiger vier Ausgaben ohne Sauerstoff besonders schwer ja wir können jetzt noch Pause machen und dann lassen wir sie einfach sitzen 2027 2027 nein über 1008 so also ich erwarte jetzt in 5 Sekunden eine definitive Antwort von irgendwen von euch also beziehungsweise das nächste was ihr sagt nehme ich als Antwort und wenn sie nicht richtig ist dann ist hier aber los leider der andere geworden wer näher dran ist nein 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 wir sind jetzt schon so weit gekommen Timo ist hier schon richtig am rechnen deswegen 2026 das ist richtig er kriegt das Bier also im Jahr 2025 werden am Ende des Jahres beide Formate die Ausgabe 162 erreicht haben und 2026 wird der Melanchthon den Übersteiger überholen vielen Dank so wir machen um 5 nach weiter wir folgen dir egal wohin in tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei und singt die ganze Kurve laut den Tor für den ja dann willst du an diesem Tag der Sieger sein der Sieger sein oh 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 so da sind wir wieder wir haben noch vor kurz drei Termine die wir oder drei Themen die wir kurz anschneiden und dann unsere beliebte Saisonprognose und dann widmen wir uns der U19 1.1 2 oder 1 1 Termin nämlich die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist erneut als Tabellenführer aus der Saison herausgegangen mit fünf Siegen aus sechs Spielen und wer am 25. August um 17.15 Uhr in Düsseldorf am Burgplatz ist kann dort das Endspiel um die deutsche Meisterschaft sich anschauen es geht gegen den MTV Stuttgart und gegen die gab es pikanterweise die einzige Saisonliga-Lage mit 0 zu 1 wird also wahrscheinlich wohl ein enges Spiel da auf jeden Fall dem ganzen Team und natürlich auch Trainer Wolf alles Gute dann eine Aktion die es von der braun-weißen Hilfe gibt für die wir wie gesagt ja heute auch spenden in der neuen Song Augen auf St. Pauli-Fans beobachten die Polizei werden wir verlinken ich weiß nicht du das wolltest du da noch was im Detail zu sagen nee verlinken wir reicht dann genauso verlinken wir eine Fotoaktion die es bereits im letzten Jahr gab die aber jetzt erst veröffentlicht wurde auf paupidern.de nämlich gegen Sexismus und Homophobie und wenn man auch mal denkt wir leben hier am Millern-Tor in einer Blase in der das ja gar nicht nötig ist der lese dazu gerne einen Artikel der am letzten Wochenende im magischen FC-Blog veröffentlicht wurde im Nachklapp des Stoke-Spiels als es nämlich genau wieder mal einen Vorfall in der Richtung gab das ist halt dann doch ein steter Kampf der wahrscheinlich auch nie aufhört als Modepodcast ist es natürlich auch unsere Pflicht über Trikots zu diskutieren das haben wir diesmal ausgelassen aber wir möchten natürlich noch auf hinweisen dass der Fanladen auch dieses Jahr wieder das schönste T-Shirt der Welt hervorgemacht hat wie immer wie viel Spaß hat es in den letzten Tagen gemacht die Facebook-Kommentare zu moderieren zwischen sehr viel und gar keinem war irgendwie so alles mal jeden Tag dabei es ist keine Frakturschrift nein es ist nicht gut haben wir das geklärt werden wir auch verlinken es gibt nichts online zu bestellen noch nicht noch nicht morgen ist glaube ich Sascha unser Typ der den Online-Shop macht da und kriegt die ersten T-Shirts auf jeden Fall in der Hand wird es denn ein Buch geben Facebook-User-Beschimpfen-Fanladen ja Hörbuch du liest vor sehr gerne liebt gerne ey Fansladen ihr seid doch scheiße gibt es bei euch Zigaretten ja ok damit wären wir bei unserer beliebten Saisonprognose ich würde sagen wir machen das wie in den letzten Jahren immer dass einer anfängt der dann in der nächsten Runde nicht anfangen muss das war glaube ich jetzt schon kompliziert genug formuliert äh ja egal ich habe in meiner Tabelle hier stehen Justus als erster der mal sagen muss wie viel förderer der FC sein Pauli wird und ich sage vielleicht dazu du warst in den letzten Jahren immer erschreckend negativ aber auch nah dran Scheißkombination dann sage ich Elfter ist notiert Tim ja Moment 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 das brauchst du nicht googeln ich mache das komplett nach Statistik ich sage der FC sein Pauli wird 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,9,10 Welche Statistik war Gold Impact deine Lieblingsstatistik Timo Sebastian ich bin ja wieder überoptimistisch ne Dritter wie viel von diesem von unserem neuen Sponsor hast du da schon getroffen Johnny ich glaube der Verein hat als Minimal Ziel 6 ausgegeben das schließe ich nicht an Minimal Ziel 6 schreib das doch auf Minimal Ziel Stefan wer hat das ausgegeben ich glaube der Gloradier Präsident hat das mal gesagt welcher Stefan Ott damals Top 25 ne schon der aktuelle nein UK hat gesagt wir müssen mindestens so gut sein wie wir in der Fernsehgeld Etatabelle sind glaube ich und da sind wir irgendwie bei 6 das müsste passen ich denke mir doch sowas nicht aus hast du auch hier die Etatabelle Moment 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 das ist meine absolute geheime Geheimtabelle ihr werdet noch merken dass da ziemlich krude Daten rauskommen nein ich war letztes Mal nicht dabei ich bin ehrlich gesagt froh dass ich nicht dabei war ich bin auch voller Euphorie ehrlich gesagt wir schießen alle durch die Wand aber haben wir ja nicht getan wie wir es waren wir auf Goal Impact nicht auch sowas wie Zweiter oder so letzte Saison genau bei Goal Impact war St. Pauli Zweiter vor der Saison und deswegen können wir solche Sachen nicht in 5 Minuten durchziehen deswegen dauern dass ihr immer 3 Stunden genau wir hatten das Thema vorhin schon als Mike sagte 21-30 sind wir durch mit der ersten Entschuldigung wie viele werden wir denn also die Profis ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass sie jedes Spiel gewinnen dann sind wir der Erste das ist richtig 102 Punkte ist okay schmeckt ganz gut ich sage wir werden Vierter ich hatte ja vor der Saison darf ich vielleicht noch mal ganz kurz erzählen drei Saisonzüge vier Punkte aus den Derbys mindestens 15 nein vor dem HSV stehen und trotzdem mindestens 15 hat sich noch nichts dran geändert gut zweite Runde wenn ich jetzt dieses Szenario eintrifft ne 15 da werden uns vom HSV stehen das würde mir absolut reichen ja und wenn wir dann nur drei Punkte aus den Derbys wäre ich flexibel zweite Kategorie wer erzielt die meisten Tore gut meine Antwort kann ich gleich hinschreiben äh Tim ja für den FC St. Pauli nur in der Liga nur in der Hinrunde nur in der Liga also nur in der Liga nur in der Hinrunde was soll das was soll das ich weiß nicht nur an ungeraden Martins nur freitags 20-30 nur in Magdeburg Buchtmann und Knoll ähm äh Christoph Buchtmann Sebastian ja den haben wir noch nicht verpflichtet oh ja können wir den auch kannst Mr. X nennen natürlich wie heißt der Braunschweiger noch nee ich sag auch Buchti ey das hat ich schon gesagt das darf man nicht das einfach nochmal nehmen ist geklaut ich glaube ja an die Stürmer deswegen sage ich es wird der Diamantacos antizyklisches Tipp Herr Schulz klar oder ja hallo erstmal musst du Mike ich hab hier eine andere namentliche Reihenfolge als wir hier sitzen dass die ersten so identisch sind war meiner prophetischen Gabe geschuldet sehr gut Fakt gegen Darmstadt oh das ist der Torschütze aber ich glaube erster werden wollte wir schießen also nur vier Tore wie gesagt das ist er ich sag natürlich auch Samia Lavery ey siehste geht doch natürlich hier die Statistiken und alles rauskram und jetzt auch Allagree schuldig will mir nicht verraten der Elfmeter schießt obwohl das weiß hat er gesagt ich glaube Knoll schießt der Elfmeter und deswegen sage ich Knoll kriegen wir Elfmeter diese Saison ja kriegen wir hast du dich nicht vorhin noch über Elfmeterschiff aber da war Knoll nicht dabei stimmt er aber nicht mit in Amerika wahrscheinlich ist das der einzige Grund warum Justus glaubt dass Knoll die Elfer schießt nö ich hab da so einen Markgebunggrund hätte ich da auch noch anzubieten gut die ersten drei in der Abschlusstabelle Sebastian fängt an Reihenfolge ist egal Köln St. Pauli hatte ich ja eben schon ich hätte mir vorher Gedanken machen können ich weiß ich kenne die Fragen schon die Kategorie ist jetzt auch echt nicht überraschend schon letzte Woche hat Mike das schon hochgeladen dass die Fragen waren ja ja ist okay Kiel Johnny letzte Woche da kommt so viel Kram du musst auch nachgucken ja ich guck hier auf meinem Handy und dann sag ich ganz schnell drei Namen kann ich aber jetzt schon sagen jetzt haben wir drei Vereine ich geh mit Köln mit dann schreibst du noch Union und Kiel drauf das tippen hört man im Übrigen der hat vorhin seine holsten Edelbaudel so doll drauf geknallt und wenn ich hier einmal auf meine so wer ist der nächste Entschuldigung Pauli logisch ja wenn du erster tippst klar oder klar Union Bielefeld ich hätte gern Justus Blick von gerade bei Bielefeld irgendwie als Poster ich nehme auch DNFC ich nehme auch Union und als dritten ich habe das ja erst letzte Woche bitte was du meinst ich tippe uns auf vier und trotzdem unter die ersten drei er meinte du sollst Bielefeld doppelt abgesichert ja stimmt aus taktischen Gründen nehme ich dann auch den FC ein Pauli super fantastisch wenn wir dritter wären kann ich mich freuen mit vier 15 da wollte ich auch freuen in alle Richtungen abgesichert ist fantastisch Aufstieg egal Hauptsache Saisontipp Justus Köln Kiel Darmstadt nachdem sie hier 2-0 gegen uns verlieren ja guck mal da ist schon keiner gelacht da ist schon keiner gelacht so Golden Pack sagt was ja was soll ich sagen Magdeburg was Magdeburg Köln Kiel was soll ich ich zieh das durch ja aber die sind warte das kann ich oder ist das auch eine Frage ne Hasfoss kein Thema die sind hinter St. Pauli auf Platz 13 werden die geführt ich mag das ungern sagen Abstiegswahrscheinlichkeit Moment Abstiegswahrscheinlichkeit 31,7% also einer aus drei Saisons steigt der HSV ab nehme ich so die drei letztplatzierten der Tabelle Jonny fängt an Magdeburg Paderborn Doppel Doppel Absicherung willst du nochmal Bielefeld sagen jetzt komm ich sag Sandhausen Sandhausen obwohl die am Samstag Platz 4 laut Goal Impact das ist die aktuelle Tabelle die ist nicht so ausschlag also vielleicht aber die kann man schon nehmen Duisburg Aue Darmstadt Duisburg Darmstadt Aue Darmstadt ich sag Heidenheim HSV haben wir noch was mit Haar Heuschein Hielefeld Justus Sandhausen Paderborn und Bochum Bochum das ist egal Paderborn übrigens Platz 5 laut Goal Impact die haben auch irgendwie 113 Tore gemacht oder so in der dritten Liga auf jeden Fall sage ich Darmstadt Ingolstadt führt Darmstadt hast du keinen Bock auf weite Fahrten oder genau einfach so ausgesucht FÜ Sebastian Darmstadt Duisburg HSV Darmstadt MSV HSV sehr gut Darmstadt Darmstadt muss schon Entschuldigung dass ich da nochmal dazwischen geht Darmstadt also der Fußball von Darmstadt das war jetzt auch also gegen Paderborn das ist das nackte Grauen das möchte ich ja eigentlich nicht mehr sehen ja und wer hat gewonnen ja weiß ich nicht habe ich nicht aufgepasst das war ja kein Fußball ich habe nur den Fußball gesehen den fand ich scheiße aber Ergebnis ist ja erstmal ich möchte übrigens nochmal kurz eine Lanze für Timo Schulz brechen weil es erinnert sich nie mehr an letzte Saison als wir hier im Sommer saßen und ich sage nicht wen zu Gast haben aber es erinnert sich vielleicht noch jemand dran wie lange der Kollege gebraucht hat um rauszukriegen welche Teams überhaupt in der zweiten Liga spielen Ralf schönen Gruß ich hatte kurz Anklass dass Markus Kolstinski ich könnte alle auch als Telefon was macht der der macht jetzt die U19 nee Dazone oder U17 Dazone und Autofahren und Dazone natürlich sieht was von der Welt gut so Timo Schulz wer sich jetzt eine umfassende Aufarbeitung deiner Karriere wünscht dem sei empfohlen die Millerton Ausgabe 39 vom 15. März 2017 da haben wir das nämlich inklusiver spektakuläre Ball ins Gesicht von André Schöle alles schon behandelt und 17 Tore gegen TSV Fulcum die in Sandalien gespielt haben das war eine legendäre Ausgabe und dann fährt nach Norderney und fragt die Rezeptionistin von Wiesers aber wir entließen dich mit der leichten Hoffnung dass du vielleicht den Fußballlehrer machen dürftest wie wir inzwischen wissen dürftest du und du hast direkt danach auf der Vereinshornpage gesagt wenn ich irgendwann mal in Ostfriesland auf dem Deich stehe und zurückblicke kann ich das ganze bestimmt besser einordnen aktuell ist der Lehrgang noch zu frisch ich fühle mich noch wie im Hamsterrad die Zeit das zu begreifen war bislang noch nicht da das war im März September August wie ist es denn ne ist schon dass man da so durchgepresst wird durch diesen Lehrgang in 10 Monaten dass man das irgendwie nicht verarbeiten kann und wenn man dann danach mal die Zeit findet gerade in so einer Sommerpause das alles zu sortieren und das auch mit ein bisschen Abstand zu betrachten dann ja dann wird einem das schon klarer was man da überhaupt alles in sich aufgenommen hat und wie es jetzt weitergehen soll und ja es war so viel Input dass ich jetzt auch ganz klar sage ich bin gerade auch jetzt mit meiner U19 in einer mega Ausprobierphase mache ganz viele Sachen anders einfach um zu gucken ob das funktioniert oder nicht du hast schon damals gesagt du hast bei Stani gesehen wie viel das nochmal in der Trainingsarbeit auch verändern wird hast du das in diesen 10 Monaten auch schon einbringen können oder ist das wirklich was was erstmal sacken muss ja das war gut dadurch dass ich kann man sich vorstellen dass ein Drittel der Leute die da im Kurs sind auch parallel noch eine Mannschaft machen und zwei Drittel eigentlich von ihrem Verein dann freigestellt werden weil die halt wissen dass es eigentlich nicht zu handeln ist ich hatte eine gute Unterstützung von unserem Leiter von meinen Co-Trainern sodass es funktioniert hat aber ich konnte eben alles was ich im Lehrgang lerne sofort ausprobieren und dann sehen ob es funktioniert oder nicht oder ob es mir passt ob es meine Idee vom Fußball entspricht oder nicht und das ist dann schon ein Vorteil das ist natürlich auf der einen Seite mehr Stress auf der anderen Seite ist auch der Vorteil dass du sofort in der Praxis bist und sofort alles ausprobieren kannst und das war ist schon cool also ich bin jetzt eben auch dabei noch ganz viele Sachen auszuprobieren und er macht Spaß Du hast dabei das Praktikum hier im Profi-Team machen dürfen waren das auch nochmal andere Einblicke weil du warst ja auch schon eine Zeit lang hier Co-Trainer Ja nee also das war jetzt nichts Neues für mich ich war hier vier Jahre Co-Trainer ich habe davor 15 Jahre selber als Profi gespielt da habe ich jetzt nicht noch irgendwie was mitgenommen was für mich vollkommen hat Wenn man sich so die letzten Jahre anguckt ich meine als wir angefangen haben mit diesen ganzen A- und B-Jugend-Bundesligen da war St. Pauli immer so ein Team was mit beiden Mannschaften irgendwie um den Klassen kämpfte mal erfolgreich manchmal auch nicht so jetzt sind wir eigentlich in den letzten Jahren wirklich da konstant geworden jetzt seit du bei der U17 bist seid ihr Sechster geworden Sechster geworden Siebter geworden habt 1,38 Punkte pro Spiel geholt also die Saison wo du hier bei uns saßt und auch von deiner Mannschaft immens geschwärmt hast hast du tatsächlich 42 Punkte geholt ansonsten in den anderen beiden Jahren war es 32 also das schien dann da auch tatsächlich eine Mannschaft zu sein die zumindest ein bisschen besser war als die anderen Jahrgänge wenn man auf die U19 guckt ist es recht ähnlich Achter, Achter, Sechster jetzt im letzten Jahr also dann ja auch schon viele Spieler die du damals bei dir hattest wenn man sich jetzt anguckt was wir jetzt für einen Kader haben in der U19 dann hast du fast also nicht identisch aber sehr sehr viele Spieler die vor zwei Jahren auch bei dir in der U17 gespielt haben ist das so eine logische Entwicklung dass wir da tatsächlich jetzt in der Lage sind als Verein einfach auch zu sagen die die wir in der U15 und in der U17 haben das sind dann auch die die weiterbleiben Ja, also erstmal hast du gut recherchiert und dann ist es tatsächlich so dass ich keinen externen Neuzugang habe dieses Jahr also alle anderen NLZs gerade die Tops Wolfsburg Red Bull Werder HSV Hertha BSC die holen sich natürlich alle nochmal aus Magdeburg aus Jena und was weiß ich aus Amerika und Frankreich nochmal wirklich richtig richtig gute Spieler das wollen wir nicht machen wir vertrauen unseren Jungs die wir jahrelang ausbilden wir stecken da viel Herzblut rein und wenn ich nur die Mannschaft nehme die ich als erstes betreut habe 2015 2016 und die Mannschaft die ich zuletzt in der U17 hatte ist es wie Tag und Nacht also die Qualität unserer Spieler unserer NLZ Spieler hat sich exorbitant gesteigert und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung dass gerade unser 2000er Jahrgang mit Spielern die hier alle auf dem Zettel stehen und zum Beispiel Finn Ole Becker der jetzt auch schon bei den Profis dauerhaft mittrainiert dass wir da das erste Mal seit vielen Jahren jetzt Spieler haben die auch relativ schnell am Mittlerntor spielen können und da macht das richtig Spaß mit denen zu trainieren wir haben auch eine richtig gute Breite im Kader also wir haben nicht nur Tops wo man sagen kann die schaffen sondern wir haben auch immer noch Platz 17 18, 19 im Kader den ich ohne Probleme in die in die A-Jung Bundesliga reinschmeißen kann und das ist ein Wahnsinnsunterschied zuvor vor ein paar Jahren das muss man ganz klar sagen aber das ist die logische Folge der Professionalisierung bin jetzt vier Jahre im NLZ und es hat sich da in der Zeit so viel getan das das wäre nochmal ein eigener Podcast aber ihr hattet Roger glaube ich auch zu Gast der hat da vieles erzählt das ist absolut auf dem richtigen Weg aber und das ist etwas das müssen wir uns definitiv kritisch ankreiden es ist bis jetzt eben noch keiner mit einem Tor aufgetaucht und ich glaube dass das in den Jahren zuvor häufig daran lag dass uns diese Tops diese absoluten Tops die wir immer schon hatten weggenommen haben Dortmund Red Bull Wolfsburg und dass wir es jetzt das erste Mal geschafft haben die Spieler wieder bei uns zu halten dann wird das auch seinen Weg gehen ich war letzte Woche bei dem U23 Spiel in Drochtersen-Hassel und da ich selber früher ein Tor gespielt habe ist Torwart immer so eine Position wo ich so besonders drauf achte und dann habe ich die Mannschaftsaufstellung gehört und habe gesehen uha hast du noch nie gehört habe dann aber geguckt und das ist natürlich einer der vor zwei Jahren wenn die dann auch schon in der U17 war worauf ich hinaus will ihr habt jetzt zwei Leute oder es waren damals in der U17 Jesper Heim und Leon Schmidt die jetzt beide vom Alter bei der U19 spielen könnten aber tatsächlich in der U23 sind ja ist so halb richtig wir starten dieses Jahr Pilotprojekt wir versuchen beiden Torhütern weil beide überdurchschnittlich gut sind möglichst viel Spielpraxis zu geben das heißt beide Torhüter können noch bei mir in der U19 spielen das wird aber so aussehen dass ein Torhüter immer bei der U23 trainiert zwei Wochen und dann in diesen zwei Wochen auch beide Spiele in der U23 macht der andere Torhüter ist bei mir trainiert ganz normal in der U19 und macht die Spiele dort und dann wird getauscht sodass Jesper Heim und Leon Schmidt übers Jahr gesehen beide 20 Spiele von Anfang an machen können zehn davon wahrscheinlich in der U23 zehn davon bei mir und so können sie sich schon mal an das Herrenspiel gewöhnen und haben trotzdem noch die Spiele in der U19 und wir erhoffen uns davon halt dass wir beide optimal fördern sage ich auch ganz klar das werden wir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sehen ob das so funktioniert hat momentan klappt das ganz gut wie oft trainiert ihr und wie oft trainiert die U23 also jetzt sind gerade Schulfährigen da trainieren wir auch teilweise fünf, sechs Mal und die U23 trainiert auch fünf Mal also viermal trainieren wir mindestens plus das Spiel und die U23 hat häufig noch einmal in der Woche Vormittagstraining zumindest für die die können Ich habe eine Frage bevor wir mit der U19 weitermachen jetzt wo du einen Fußballlehrer hast Timo Schulz als Trainer was würde der wenn er jetzt frei wäre von sagen wir mal von seinem Kader also Begrenzung durch den Kader und auch durch eine Philosophie die durch den Verein vorgegeben ist was würde Timo Schulz für einen Fußball spielen lassen und ich lasse mich da nicht mit der Floskel auch offensiv abspeisen sondern sag mal was hast du für eine Vorstellung was würde man was würde Timo Schulz als Trainer für den Fußball spielen lassen das ist ganz witzig weil genau das ist letztendlich die Abschlussarbeit beim Fußballlehrer was zeichnet dich als Trainer aus und wie möchtest du gerne Fußball spielen lassen und dir wird in der ersten oder zweiten Woche der Fußballlehrerausbildung wird dir ein Zettel hingelegt und dann heißt es beschreibe dich selbst und beschreibe wie deine Mannschaft Fußball spielen soll anhand von drei Wörtern dafür hast du zwei Stunden Zeit versuch mal in zwei Stunden das was du gerne von deiner Mannschaft sehen möchtest auf drei Wörter zu reduzieren oder versuch mal keine Ahnung was wären für dich drei Wörter wie du gerne die St. Pauli Mannschaft am Millern Tor sehen würdest na ich weiß im NLZ haben die das ja auf drei Wörter ganz gut reduziert eigentlich ja wir haben fünf Prinzipien aber was mir wichtig ist bei meiner Fußballmannschaft ist dass sie mutig spielt aggressiv da bin ich auch mit dem Ball also man kann auch mit dem Ball aggressiv spielen und dass sie dass sie einfach Bock haben Sachen auszuprobieren also innovativ hört sich immer so sehr nach Hoffenheim an aber ja ich will mich nicht festlegen auf eine Viererkette oder auf eine Dreierkette wo ich mit einer Spitze oder zwei Spitzen spiele ich will nicht sagen das sind meine Abläufe und ich spiele zehnmal im Training elf gegen null und jetzt muss das doch klappen sondern meine Jungs sollen einfach verstehen was es heißt Fußball zu spielen am Ende kann man das Spiel reduzieren also meine Abschlussarbeit hieß Tore schießen Tore verhindern und ja so einfach ist Fußball am Ende ich kann das machen wie Hoffenheim oder wie Red Bull Leitz ich schieße jeden Ball nach vorne und renne hinterher oder ich kann es wie Pep machen und zeichne zwölf Zonen auf dem Spielfeld auf und sage ich muss erst mal 36 Kontakte haben bevor ich überhaupt nach vorne komme du hast es schon ganz gut gesagt ich muss halt jedes Jahr gucken was habe ich für Spieler gegen welche Mannschaft spiele ich und das ist für mich ist es ein wahnsinns Lernprozess mit einer Mannschaft zu spielen die dieses Jahr sehr sehr gut ist wo ich glaube ich gegen jeden Gegner gewinnen kann und letztes Jahr hatte ich eine Mannschaft die war mega wild und voller Umut Atakajas und Aurel Lubongos und die hatten alle ihre eigene Idee und da musstest du es irgendwie so in eine Form backen dass du trotzdem bestehen kannst und dir war schon klar wenn du den Werder Bremen spielst oh der Scheiße läuft Christoph und da dann einen Plan zu entwickeln aus einer Unterlegenheit das formt dich als Trainer Red Bull Leipzig in der U17 zu trainieren ist einfach kann ich auch dreimal die Woche Minigolf spielen gehen am Wochenende es sind alles solche Büffel die schießen den Ball nach vorne rennen hinterher und gewinnen am Ende irgendwie aber das ist nicht Fußballausbildung und das ist nicht die Art und Weise wie ich spielen möchte also für mich ist entscheidend dass man einen Plan mit Ball hat dass man wirklich Lust hat Chancen zu kreieren dass man mutig nach vorne ist dass man was riskiert dass man weiß habe ich den Flügel einfach besetzt oder doppelt besetzt dass man weiß habe ich einen Spieler in der Spitze oder zwei wenn ich zwei habe wie sollen die sich verhalten dass die hinten wissen was vielleicht ein mögliches Signal ist wie man gegen den Ball arbeiten möchte das sind so aber das hat jeder Trainer und das Blöde ist dass ich glaube immer elf andere die haben auch einen Plan also ja wie gesagt reduziere es auf drei Worte ja ich bin kein Fußballlehrer deswegen muss ich das nicht machen ja du hast den Goal Impact ja ich habe den Goal Impact Goal Impact okay du hast Pi mal Daumen ich weiß nicht zehn ich habe es nicht durchgezählt zehn elf Spieler die jetzt 2001 also jüngere Jahrgangs sind wäre denn von denen oder wäre es für die auch sinnvoll dann schon nächstes Jahr in die U23 hochzugehen oder hättest du die dann nächstes Jahr gerne noch weiter bei dir oder machst du überhaupt nächstes Jahr nochmal die U19 also ich habe jetzt ja schon einen Spieler im 2000er Jahrgang mit Jakob Münzner der letztes Jahr als jüngerer Jahrgang schon in der U23 gespielt hat und jetzt auch fest im Kader der U23 ist ich glaube dass man das von Spieler zu Spieler sehen muss ob das Sinn macht und inwiefern er vielleicht besser aufgehoben ist in der U19 wo er ein absoluter Macker ist und vorweg gehen muss Verantwortung übernehmen muss oder ob man sagt nein der Spieler ist in der U19 unterfordert der soll schon in den Herrenfußball weil der Unterschied zwischen U19 und Herrenfußball ist sehr sehr groß die 2001er verrate ich auch kein Geheimnis die müssen sich schon gewaltig strecken dieses Jahr wenn sie spielen wollen der 2000er Jahrgang ist deutlich stärker und ich glaube wenn ich wenn ich gucke wird es irgendwie 9 zu 2 oder 8 zu 3 werden von der Aufstellung der Mannschaft okay was Altjahrgang und Jungjahrgang angeht also die Älteren es gibt in der U19 aber 2 Jahrgänge und der ältere Jahrgang wird wenn ich jetzt die erste Elf nominieren muss Stand heute deutlich stärker vertreten aber ist das nicht ein allgemeines Problem also das letztes Jahr in der U19 dann nicht so dass der 99 nicht kein letztes Jahr haben schon auch 8 oder 9 von meiner alten Mannschaft gespielt weil die einfach deutlich stärker sind die sind richtig gut Du hast ohne jetzt irgendwie Name-Drapping zu provozieren in der letzten Sendung schon gesagt Luis Cordes das wird einer zack der startet durch vielleicht hast du das in dem Wissen schon gemacht dass der dann 2-3 Monate später einen Profi-Vertrag bekommen sollte vielleicht hast du es auch einfach nur qua Kompetenz rausgehauen ich würde auf erster Respekt jetzt ist Leon Flach dazugekommen Jakob Münzen hast du auch erzählt von denen die du in der Mannschaft hast sind da noch 2-3 dabei wo du auch denkst das sind die nächsten Profi-Verträge oder setzt du sie dann damit zu sehr unter Druck nein Druck ganz ehrlich Druck das kann ich auch nicht mehr hören wenn die spielen wollen am Millern-Tor oder später mal woanders dann musst du mit klarkommen und wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen finde Ole Becker reinwerfe dann ist es auch kein Geheimnis der ist einfach richtig gut der Junge genauso wie Louis Corr das richtig gut ist da muss man aber wissen der war jetzt in der U19 zwei Jahre fast verletzt mit diversen Verletzungen das heißt er wird erst mal ein halbes Jahr brauchen in der U23 bis er sich an Herrenfußball gewöhnt und dann wird es vielleicht in der Rückserie mal bei den Profis reichen oder vielleicht auch erst nächstes Jahr vielleicht auch gar nicht ich bin ja auch kein Prophet aber man kann schon erkennen welcher Spieler ein sehr sehr hohes Talent hat wobei Talent das eine ist und Wille und Mentalität und Einstellung das andere und ja da muss man dann gucken wer dann bereit ist sich im Herrenbereich da durchzusetzen und wer auch das Kännis Glück hat okay viele gute Jungs viele gute Jungs Becker, Flach, Münzner, Cordes wie gesagt bin der festen Überzeugung in den nächsten ein, zwei, drei Jahre werden da ganz viele von uns auftauchen ich meine jetzt letztes Jahr stand das Wasser bis hier ist Brian Kuglin reingeworfen worden auf einer Position die ihm gar nicht lief und hat es ordentlich gemacht Florian Carstens ist dran also wie ich schon gesagt habe die Qualität der Jugendspieler ist auf einem ganz anderen Niveau als das vor zwei, drei Jahren der Fall war als wir ja auch schon einen guten Jahrgang hatten mit Rosin und Endmore wie sie alle hießen die aber alle im Herrenbereich muss man ehrlich sagen eigentlich keine Chance haben Wir hatten das Roger Stills auch gefragt inwieweit ist bei deinen Perspektivgesprächen jetzt die U23 immer noch ein Faustpfand den der FZMVD hat gerade im Vergleich zu Vereinen wie keine Ahnung Leverkusen die halt keine mehr haben Weiß ich nicht die wollen ja zu U23 die wollen zu den Profis Nein aber es ist also ich ich pack das mir eher andersrum auf vielleicht ist es für uns eine Chance Spieler von von den Vereinen zu bekommen die keine U23 haben und die nicht sofort Profi werden können und die bei uns dann vielleicht noch ein, zwei Jahre in der U23 spielen um dann mit 20, 21, 22 im zweiten, dritten Herrenjahr den Sprung in die zweite Liga zu schaffen weil das ist auch klar diese Tops wir hatten in der U17 mal hatte ich mal den Spieler Sam Schreck vielleicht sagt dem einen oder anderen der war zum Klassiko von beiden Mannschaften eingeladen da musst du mal reinziehen du bist du bist 15 und dann rufen Barca und Real an und sagen wir spielen am 22.1 spielen wir gegen Real und du bist eingeladen und einen Tag später ruft die andere Mannschaft an und sagt spielen wir gegen Barca und du bist eingeladen Flug, Hotel und alles und diese Spieler sind halt weg gewesen was ja auch vollkommen normal ist und jetzt haben wir viele gute Jungs und die sind hier und die haben Bock auf St. Pauli und das wird klappen und jetzt macht ihr Betriebsausflügel zum Klassiko dann damit sowas nicht mehr passiert wir gucken das Derby in der zweiten Liga ja genau Wer sich ein Spiel der U19 anschauen will muss das momentan immer noch in Schnellsen tun am Königskinderweg da gibt es auch momentan noch keinen neuen Stand dass das sich demnächst mal wieder ändert der nächste Termin das zu tun ist ein besonders zuschauerfreundlicher nämlich Freitag um 11 Uhr Vormittags gegen Rava Leipzig ich gehe mal davon aus hast du den Schulferien geschuldet oder wie kommt sowas das ist eine Verquickung ganz vieler Umstände also das erste wir haben direkt am Anfang eine englische Woche also Red Bull Leipzig HSV Dresden so dann hast du eigentlich die Spielansetzung Sonntag Mittwoch Sonntag dann fragt Red Bull natürlich an können wir nicht Samstag spielen dann sage ich Samstag geht nicht dann kann mein Co-Trainer nicht der dann sagen die puh Sonntag ist für uns doof können wir nicht am Freitag dann sage ich ja Freitag ist okay das kriegen wir irgendwie hin und dann sagen die ja aber wir kommen ja schon am Donnerstag wann wollen wir denn Freitag spielen und dann sage ich okay so im Ferien können wir morgens um elf und so kommt das dann zustande aber ist natürlich für alle irgendwie ja aber ganz ehrlich Fanfreundlich wenn so Red Bull und HSV zum Glück geht da keiner hin das ist ja Fanfreundlich weil Germania schnell ist da kommen eh 32 Fans und davon sind 20 Eltern und 12 Berater wir machen das jetzt aber ganz cool als NLZ und zwar laden wir alle NLZ Mannschaften dazu ein und das wird ein heiliges Spektakel werden und wir werden da richtig Leute haben glaube ich die sich das angucken weil es sind eben Ferien es sind viele Berater die sich sagen Freitag Flur Elf ist natürlich nichts anderes die ganzen Eltern werden sich irgendwie freischaufen ich glaube dass da bestimmt 150 200 wahrscheinlich sogar noch mehr Leute kommen und schönes Wetter schöner Platz jetzt Freitag Darmstadt von Darmstadt genau Vorspiel quasi Vorspiel mein Sohn nimmt schon die ganze Zeit Blickkontakte aus wir sind dann wahrscheinlich auch da die U11 von St. Pauli macht Balljunge da kannst du einspringen wenn du willst ne U11 komm jetzt ist er doch U11 West-Alms-Büttel Entschuldigung ich ziehe alles zurück du hast dich schon im Blick dann HSV kommt ähnlich zuschauerfreundlich daher am Mittwoch um 14.30 Uhr in Hagenbeek weil der HSV abends gegen Bayern München spielt ach gegen Freundschaftsspiel wie wir dazu sagen müssen keine Freundschaftsspiele gibt nur Testspiele Testspiele okay Liga-Betriebsspiele Mittwoch 14 das interessiert mich ausgeschlafen oder weh ja das ist meine kleine Kinder da schnapp ich schon wieder wart ihr nicht früher bei U19 spielen als Fanbetreuung auch vor Ort das ist lange her nur Dresden HSV und Landsee okay ja gut dann hast du gesagt das ist dann ein Spiel wo man tatsächlich auch als Arbeitnehmer der zumindest wenn er sonntags nicht arbeiten muss hingehen kann die Woche drauf sonntags um 11 dann zu Hause gegen Dynamo dann kommt mein spezieller Wettbewerb Pokal 2.9. beim FSV Frankfurt kommt ihr mal weiter als in die erste Runde ja gut ich fahre jedes Jahr nach Berlin und gucke mir da immer irgendwelche anderen U19-Finals an also ich würde mich sehr freuen wenn das sind wir dabei gut haben wir das geklärt ist das das Vorspiel sozusagen sagen was früher das Raumfinale war ist das das U19-Finale jetzt nein also das ist vor mir das um 11 im Amateurstadion aber gut gefühlt und wenn dann da Braunschweig spielt dann hast du in dem einen Block auch echt Spaß mit Leuten also das ist schon sehr abenteuerlich was da so aufläuft in Hertha Amateurstadion oder wie das ist da auf diesem Olympia-Gelände sonst spielt da die U23 von Hertha und U19 auch genau also das U19-Pokalfinale gegen FSV Frankfurt in Berlin nein Frankfurt ist die erste Runde sorry Pokal ist einer scheidet aus der andere kommt weiter das ist immer schön das kennt man als Sanfordi-Fan nicht aber ist trotzdem so es gibt mehr als eine Runde im Pokal das haben wir ganz vergessen ich bin im August vorbei also doch in Frankfurt die erste Runde ist in Frankfurt am 2.9 genau weil Mike dann mit Berlin anziehen das ist ja da ist das Finale ach so deutscher Pokal ist im Fußball auch im Herbereich kennen wir halt nicht ja spielen die auch Bundesliga FSV Frankfurt sind aufgestiegen ja jetzt wie bereitet man sich denn darauf vor Aufsteiger in die A-Jugend-Bundesliga-Süd habe ich mir aufgestiegen ja wir haben zum Beispiel ein Testspiel gehabt gegen Köln das haben wir 3-3 gespielt die haben 2-0 gespielt da habe ich mit dem Trainer von Köln schon telefoniert und es gibt ein Portal tatsächlich in der U17 und in der U19 Bundesliga die alle Spiele filmen in der Bundesliga worauf ich Zugriff habe also kann ich mir deren ersten 4 Spiele in der A-Jugend-Bundesliga Südwest angucken die spielen zum Beispiel das erste Spiel gegen Frankfurt das zweite Spiel gegen Mainz dann spielen sie gegen Hoffenheim und Bayern ich glaube Bayern war da Bayern das kann ich mir angucken auf dem Video und dann werde ich sehen was sie können und was sie nicht können also wir allgemeinen Nutzer haben ja dieses tv.dfb das sind aber immer nur die Tore und du hast dann so ein Premium-Account wo alle Spiele von A-Jugend mit mehreren Kameras oder nur Standard in HD cool guckst du das auf alles? also alles was du dir angucken kannst guckst du dann auf? ja die Spiele werde ich dir angucken kann ist denn im Jugendbereich oder im U19 Bereich ist das dann also klar Gegnervorbereitung Gegneranalyse ist aber ist mit Sicherheit nicht so ausgeprägt wie im Herrenbereich dann oder? doch wobei der Fokus jetzt bei mir zum Beispiel mehr auf der Eigenanalyse liegt oder auf der Entwicklung und weil es eben um den einzelnen Spieler geht im NLZ auf einer individuellen Analyse also eine Stärken-Schwächen-Analyse dann dementsprechend Spielszenen zu den Themen keine Ahnung als Sechser zum Beispiel defensives Zweikampfverhalten Freilaufverhalten mit dem Ball eher hinter der Schnittstelle als dazwischen offene Spielstellung Vororientierung so alles was du dann eben ins Training implementieren kannst wo du dann auch Übertrag zum Montag Dienstag Mittwoch findest dann schaust du wieder am Samstag was hat er angewendet was war gut was war schlecht welche Probleme treten vielleicht häufiger auf und dann versuchst du zu analysieren und den Spieler irgendwie weiterzubringen ja ist so am Ende ist es Detailarbeit klar aber das bringt Laune weil die Jungs Bock haben und die Spieler sind halt auch anders erzogen als ich früher ich bin dem Ball hinterher und wenn einer mir vorbei wollte hat die Mungen gehauen und am Ende hast du ja irgendwie versucht das Spiel zu gewinnen und die Jungs heute die wollen Input die wollen die wollen wissen wie soll ich mich verhalten was was ist in der Situation richtig wie soll ich mich verhalten wie soll ich mich mit dem Partner verhalten wie soll ich mich in der Gruppe verhalten oder wir als ganze Mannschaft und was passiert wenn der Gegner sich so verhält die sind ja ganz anders gepolnt also die trinken ja auch kein Alkohol du weißt schon dass du in der Jugendmannschaft trainierst ich habe ja auch vier Jahre lang als Co-Trainer das miterlebt das ist schon ich stelle jetzt eine Kiste Bier nach dem Sieg rein Auswärtsspiel da sind am Ende vier Bier und drei davon zwei Matze Heinz war ich wie viel Zeit verbringst du vom Fernseher oder vom Computer die Woche zu viel also definitiv so und das ist zumindest diskussionswürdig wir haben ja diese Zertifizierung das ist auch alles schön und toll und da hat man noch einen großen Mehrwert vorne und so ist jetzt alles im Mikrofon drin es raubt einem so unfassbar viel Zeit die man eigentlich in die Jungs rein bringen könnte ist manchmal schon ärgerlich kann man nicht anders sagen es hat einen großen Mehrwert alles zu dokumentieren und irgendwo auch dann Zugriff zu haben auf Daten auf Bilder auf Analysen auf irgendwelche Werte und so aber am Ende sie sind auch gerade dabei diese Zertifizierung zu überdenken weil sie das merken dass viele Vereine da einfach irgendwas hinschreiben in stundenlanger tagelanger monatelanger Arbeit was sie dann doch nicht leben oder wo sie eben nur dabei sind irgendwas aufzuschreiben statt mit den Jungs zu arbeiten wir haben drei Sterne die haben auch vollkommen zu Recht weil wir uns echt wahnsinnig gesteigert haben in diesen vier, fünf Jahren wo ich unten dabei bin an Hauptamtlichkeit an Infrastruktur vor allem an Fußballphilosophie seitdem Roger Stills da ist haben wir jetzt echt richtig viele coole neue Sachen gemacht und das merkt man eben auch nicht nur an den Platzierungen sondern auch an der Entwicklung der Jungs aber am Ende gibt also man könnte diese Zertifizierung meiner Meinung nach einstampen und einfach nur sagen wie viele Spieler von euch haben es geschafft in den Profibereich zu kommen das ist ja das Einzige was zählt also ihr seht ja alle nicht das was wir da jeden Tag machen wir sitzen da mit acht, neun, zehn, zwölf Leuten jeden Tag im Büro teilweise vom Viertel nach acht bis abends um neun auf gut Deutsch gesagt interessiert das keine Sau wenn dann nicht endlich diese eine oder diese zwei Spieler mit am Tor spielen würden wo wir alle Bock drauf haben und das ist das Einzige was zählt in meinen Augen nicht wie viel ich dokumentiere und aufschreibe und wie toll wir keine Ahnung jeden Tag individuelles Training Spielstätte haben wir schon angerissen wird sich momentan kurzfristig zumindest nichts ändern es hat sich fast geändert am Bromerskampf ihr habt einen neuen Kunstrasen ist ja auch regionaligatauglich so wie der von Vicky ich glaube wegen der Fantrennung und so nicht aber der Platz ist überragend richtig, richtig geil und da haben wir uns echt mega mit weiterentwickelt weil der Platz vorher der war so wie hier nur im Grün also Torwarttraining zum Beispiel war da nicht möglich und wenn du dann überlegst dass die die Elf- oder Zwölfjährigen da teilweise viermal die Woche rüberhampeln und Gas geben ohne Ende 90 Minuten und der Platz ist Beton und das ist auch für die Gelenke und die Muskeln und allgemein für die Ausbildung der Jungs nicht gut gewesen und das ist echt dem Verein gar nicht hoch genug anzurechnen dass damals in der Zeit wo uns das Wasser hier bei den Profis bis zum Halse stand und man auch mit diesem Horrorszenario dritte Liga rechnen musste ist ja einfach so der Verein ganz klar Farbe bekannt hat und gesagt hat nein das machen wir neu auch wenn wir runtergehen das ist eine Investition ich weiß es gar nicht genau bestimmt von 400.000 500.000 Euro die man in der dritten Liga bestimmt auch gut für alle Sachen hätte gebrauchen können und trotzdem haben sie gesagt nein wir machen das und das ist schon wie gesagt das sind so Kleinigkeiten die man nicht sieht aber die extrem wichtig sind du hast in der letzten Sendung gesagt du also wir haben über dieses ganze Thema Social Media Handynutzung Aufmerksamkeitsdefizit bei jungen Menschen und so weiter gesprochen und da hast du gesagt ich verschenke auch einfach mal meine Spieler Buch woraufhin Sebastian sagte und da wischen die da drin rum oder wie welche Bücher hast du denn zuletzt verschenkt von Djokovic Siegernahrung gar nicht mal an dicke Spieler sondern einfach du hast dicke Spieler wir können uns den Luxus leisten beim FCN da ich nicht unbedingt Erster werden muss auch kleine Spieler zu nehmen oder langsame Spieler oder Spieler die eben vielen von euch sagt wahrscheinlich der Relative Age Effect nichts Red Bull Leipzig zum Beispiel die Verpflichtung der U16 oder U17 nur Leute die schnell sind alles was vor März geworden wurde der Red Bull U19 Trainer hat wirklich gesagt Mitte März bin ich durch mit dem Gratulieren danach hat keiner mehr Geburtstag das ist einfach so ist doch klar wann bist du geboren? März reicht bist du bevorzugt wenn ihr guckt statistisch gesehen haben drei Viertel drei Viertel aller U19 Bundesligaspieler vor Juni Geburtstag kann mir keiner erklären dass das Talent so verteilt ist dass in der ersten Hälfte das ja alles mehr Talent verteilt wurde aber Talent reicht ja auch nicht immer also müssen wir vielleicht kurz erklären die Mannschaften sind halt Jahrgangsmannschaften nicht mehr wie ganz früher war der Cut immer in der Jahresmitte genau und jetzt sind es halt Jahrgangsmannschaften das heißt der 2000er Jahrgang der 2001er Jahrgang und wer dann da relativ spät im Jahr geboren ist na gut der ist halt körperlich benachteiligt gegenüber denen die am 1.1. geboren sind das führt dann auch bei den DFB-Ausbaumannschaften dazu dass genau dieses erste Quartal sehr prominent besetzt ist und das zweite schon sehr abfällt also DFB U16 wenn ihr euch den Spaß macht da reinguckt von den 16 oder 18 Nominierten haben mindestens 10 meistens sogar 12 oder 14 bis März Geburtstag das ist einfach so aber das gibt es ja also es geht ja anders ich weiß es in Belgien im Jugendfußball da haben die so oder in der Schweiz da haben die so ein rollierendes System das sich dann mal anpasst und wir als St. Pauli können das als Chance sehen also ich habe viele Spieler extra genommen in der U17 damals die sehr klein waren weil ich wusste die werden aufwachsen aber die können kicken und das ist das ist eine Lücke wo wir wo wir von profitieren können weil wir eben nicht erster werden müssen nicht dritter werden müssen ich kann auch einen kleinen Spieler nehmen ich kann einen dicken Spieler nehmen wie gesagt dann versucht man da irgendwie ein Bewusstsein zu schulen es gibt hier Everydays Matchday ist ein gutes Buch oder was habe ich noch verschenkt hier Winning Ugly von Brad Gilbert ist auch ein super Buch wo man einfach die Jungs vielleicht auch mal cached in einer anderen Art und Weise über ihr Tun und Denken ja die kommen einfach mit ihrem Handy und hier selbst auf dem Laptop immer den hier es geht sogar vorwärts rückwärts das gehört dazu neue Medien dadurch erreichst du sie aber es geht auch mit Büchern Winning Ugly klang jetzt ja auch sehr nach dir eigentlich oder nach Darmstadt Losing Ugly gibt es auch nein ich sage das auch ganz klar das wissen meine Spieler auch ich will gewinnen also ich habe nichts davon wenn der Gegner am Boden liegt und dem ist einer auf dem Fuß getreten ich spiele Balance aus also wenn wenn der offen aus dem Kopf blutet dann erwarte ich natürlich von meinem Spieler dass er den Balance ausspielt aber wie oft liegt es heutzutage ein Spieler am Boden dann spielen die sogar noch weiter und wir gewinnen den Ball und dann rufen sie das Spiel den Balance aus wo kommen die da hin auf gar keinen Fall Paris Saint-Germain auf jeden Fall der ist ja ein Mike-Kolleg also das hat auch nichts also ich bin 100% fair play da will ich gar nicht drauf hinaus aber da haben sich ja Sachen eingespielt es gibt eine ganz klare Regel dass Schiri entscheidet wann das Spiel unterbrochen wird Punkt und wie oft hatte ich das schon wie gesagt einer von uns liegt am Boden die haben den Ball und spielen weiter und sobald wir den Ball haben spielen wir uns aus noch schlimmer einer von denen liegt am Boden die haben den Ball und spielen weiter wir gewinnen ihn und dann rufen sie spielen den Ball und spielen uns aus hey also auf weiß ich nicht ich muss den Spielern schon auch beibringen dass sie Spiele zu gewinnen haben und das gehört auch dazu also ich muss irgendwo Grenzen austesten wie gesagt alles im Rahmen des Fairplays ich will keinen haben der irgendwie den Gegner anspuckt oder irgendwie die schlägt und so das ist nur dumm aber wenn ich gewinnen will dann schaffe ich das nicht wenn ich immer nur ja bitte danke Abend und komm mal hier und bitte schön und tut mir leid hab ich dich getreten nee das würden die dir auch wahrscheinlich gar nicht glauben aber tatsächlich ich hab vor jeder Saison bisher gefragt wer mich schon mal hat spielen sehen und es ist jetzt mittlerweile bei null letztes Jahr war es noch einer der grinste dann so und erzähl mal ja war nicht so gut auch nicht so gut aber nicht so gut aber sag ich jeder von euch ist herzlich eingeladen Fehler zu machen Hauptsache er macht und wenn ich was nicht leiden kann ist verschenktes Talent und das wussten meine Mitspieler früher auch schon dann bin ich wirklich sauer geworden wenn ich einen Mitspieler hatte der sein Talent verschenkt hat weil er nicht vernünftig trainiert hat weil er sich nicht vernünftig verhalten hat weil er zu wenig geschlafen hat weil er der Meinung war er könnte permanent Tag und Nacht auf dem Kiez sein oder saufen oder ich weiß nicht was das ist etwas wie gesagt jeder kann machen und tun was er will und wenn er Gas gibt hat er für 100% Rückendeckung aber wenn jemand irgendwie schleifen lässt oder nicht zu 100% dabei ist da werde ich so wir hatten in der letzten Sendung die Philosophie Frage ob es nicht sinnvoll wäre statt diesem starren Konzept immer U17 immer U19 immer U15 Trainer zu sein mal mit den Mannschaften mit zu wandern jetzt hast du das ja diese Saison zum ersten Mal das ist weil du eben jetzt neuerdings U19 Trainer bist du davon profitierst und zum ersten Mal tatsächlich viele der Jungs vom letzten Jahr weiter nimmst ist das in der Vorbereitung schon ein Unterschied für dich? ja brutal also ich habe ja den 2000er Jahren die letztes Jahr schon U19 waren hatte ich davor sogar zwei Jahre den Großteil die kannte ich also schon länger jetzt habe ich die 2001er die auch jetzt die jüngeren Jahre U19 sind habe ich ein Jahr begleitet das ist für mich ist es ein Wahnsinnsunterschied ich kenne jeden Spieler ich weiß was jeder Spieler kann ich weiß auch was er nicht kann ich weiß welche Systeme die Jungs schon gespielt haben also für mich ein riesen 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 Vorteil und ich bin auch ganz klar verfechter davon dass Trainer in bestimmten Altersbereichen mit der Mannschaft mitgehen also gerade im unteren Bereich glaube ich dass für viele junge Spieler nehmen wir jetzt einfach mal U11 U12 ein Trainer wirklich eine Bezugsperson ist ein Vorbild ist ein Ansprechpartner ist zu dem man Vertrauen haben sollte der irgendwo Entwicklung begleitet und wenn du da jedes Jahr einen neuen kriegst hat das den Vorteil natürlich dass du unterschiedliche Trainer kennenlernst und dass bestimmte ein oder andere Spieler unter dem einen Trainer leidet und der andere den er toll findet und so aber aus reiner Trainersicht gesehen ist das definitiv besser Hast du Marvin Braun mitnehmen dürfen? Jein Marvin ist da haben wir uns auch weiterentwickelt wir hatten ja jetzt mal so ich habe ja vorhin gesagt dass die Spieler früher so die Generation Emden Rosin Littger nicht so gut ausgebildet war wie die die jetzt hochkommen wir hatten damals nicht mal einen Kraftraum im NLZ geschweige denn einen Athletiktrainer jetzt mittlerweile haben wir ab der U14 glaube ich Athletiktrainer wir haben einen super Kraftraum an der Kollau wir haben einen vernünftigen Kraftraum am Brummerskamp Marvin Braun hat sozusagen Upgrade erfahren der war vorher Athletiktrainer für U16 und U17 und wird sich ab diesem Jahr speziell um bestimmte Spieler kümmern wo wir ein großes Potenzial sehen hat da sozusagen eine Sonderaufgabe bekommen und kümmert sich dementsprechend auch um einige Spieler bei mir und Torwarttraining macht Mazzeheim das mit oder habt ihr da auch jemanden? Ne, haben wir auch einen eigenen Matthäus Witt der macht es super super gut ist auch ein ganz ganz engen Austausch mit Matthäus Hain und von der also der Film die Jungs und ich schlag mich tot ab Kipp Winkel Querpass Verteidigung also da kommen wo Gabeln auf mich zu aber ist ein eigenes Volk ich weiß nicht ist jemand von euch Torwart Torwart Torhüter gewesen oder hat es mal probiert ist halt ja eigenes Volk ist was besonderes jetzt hast du schon gesagt Tabellenplatz ist nicht unser Ziel oder wir setzen uns kein festes Ziel du musst ja trotzdem für dich ich habe gesagt ich muss ein erster werden du musst ein erster werden ok wie viele willst du denn werden erster ich will aber ich muss angenommen das kommt so gute Vorlage dann spielst du nächstes Jahr wenn ich richtig informiert bin in dieser UEFA Youth Champions League mit nein dann bist du erst mal schlecht informiert ist das nicht mehr so nein es geht rein nach der Bundesliga Platzierung also wenn Bayern erster wird spielen die Youth League wenn Red Bull zweiter wird spielen die Youth League wenn Hoffenheim dritter wird spielen die Youth League es geht nur nach dem aber haben die das nicht irgendwann mal geöffnet dass der deutsche Meister trotzdem auch mitspielt oder mag aber auch falsch gewesen sein also ich ja war ja wahrscheinlich ja aber das musst du doch jetzt werden ach so in der Jugend da sollte ich mal da kommen natürlich Kosten auf uns zu ja ok hältst du hältst du grundsätzlich dieses Modell UEFA Youth Champions League wie auch immer das heißt für sinnvoll oder mutet man da Jugendlichen die vielleicht auch noch parallel zur Schule gehen einfach so viel zu oder bist du da nicht so tief ja da sind wir in Deutschland ja ein bisschen rückständig also in anderen Ländern gehen die Spieler ja schon lange nicht mehr zur Schule in England ist es rückständig oder fortschrittlich nehmt man ja als FC St. Pauli muss ich natürlich mit der sozialen Verantwortung die wir den Spielern gegenüber haben sagen ist das einzig richtige dass die Jungs möglichst lange zur Schule gehen in England ist es ein anerkanter Ausbildungsberuf Fußballprofi den du mit 16 antreten kannst und dementsprechend ist es da so dass die Spieler mit 16 komplett nur Fußball machen und nebenher Schule und bei uns ist es eben solange wie sie zur Schule gehen müssen oder wollen oder dürfen können gehen sie zur Schule und nebenher ist Fußball und das ist der Unterschied ist ein ganz klarer Unterschied wenn ich mich nur auf Fußball konzentrieren kann eine optimale Trainerausbildung habe eine optimale Infrastruktur habe eine optimale Ernährung habe oder wie bei uns wenn ich morgens um halb sieben aus dem Haus gehe damit ich um zehn vor acht an der Schule bin dann um 16.30 Uhr meinen Schulranz in die Ecke schmeiße mit dem Croissant vom Lidl hole zum Training gehe und abends um halb elf dann die Hausaufgaben mache aber ist in England die Absicherung der jungen Spieler nicht wesentlich besser also ist es nicht so dass die von Anfang an so eine Art Rentenfonds einzahlen dadurch dass es halt ein anerkanter Ausbildungsberuf ist dass sie auch tatsächlich vernünftig sozial versichert sind in Anfang sein vernünftig und halt von vornherein wissen okay ich werde auch mit 30 noch mein Gehalt bekommen aber was wäre in Deutschland so schlimm daran wenn ich halt mit 16 sage ich habe jetzt meinen Realschulabschluss oder wie heißt das heute MRA oder was weiß ich und da konzentriere ich mich mal drei Jahre auf Fußball und wenn es nicht klappt fange ich habe mit 20 eine Ausbildung bitte eine Ausbildung anfangen machen viele andere auch nicht ja ist klar auf der anderen Seite dieses G12 zum Beispiel das bewirkt ja nur dass die Jungs da statt mit 18 und 17 nicht wissen was sie machen wollen dann gehen sie irgendwann irgendwo auch in Neuseeland Kiwis pflücken oder was weiß ich das ist also gibt es ja nicht das Richtige ist einfach so ja und viele meiner Jungs muss ich sagen machen Abitur viele meiner Jungs sind total gesettelt und wissen natürlich trotzdem nicht wenn sie mit der Schule fertig sind was sie denn dann machen sollen was ja auch normal ist das wusste ich auch nicht ich habe bei mir immer angegeben in diesen Freundesbüchern entweder werde ich Fußballprofi oder Sportlehrer jetzt bin ich Fußballlehrer geworden du wusstest es ja doch das ist ganz gut Symbiose ich wollte auch Fußballprofi werden aber ich bin im Dezember geboren es bleibt nicht hier ran oder so ich war im Dezember geboren keine Chance letzter Fußballlehrer werden können kannst du immer noch Goal Impact schreib den Digga wenn mich richtig an die Sendung mit Roger Stilz erinnere hat er schon über Berater auch relativ gelästert wollte ich jetzt sagen das ist aber das falsche Wort geschimpft er oder fühlte sich genervt fühlte sich genervt völliger Quatsch aber du weißt was ich meine ist es als Trainer bei dir auch so 0,0 und das ist tatsächlich der große Unterschied zwischen Roger der muss sich mit den Beratern auseinandersetzen wenn es dann darum geht ob der Spieler bleibt oder geht ob er dann 250 oder 325 Euro verdient oder ich weiß es nicht was nicht die kommen ja auch auf die witzigsten Ideen ich meine das sind ja auch alles potenzielle Bundesligaspieler die dann aber ist ein anderes Thema habe ich zum Glück gar nichts mehr zu tun und glücklicherweise ich weiß nicht warum habe ich auch mit den Eltern nichts zu tun die sprechen mir nicht an die haben dich noch spielen sehen nein das hast du tatsächlich in der letzten Sendung sehr gut erklärt weil du vor der Saison eine klare Ansage machst und unter anderem halt auch den Spielern sagst ich erwarte in eurem Alter davon dass ihr Probleme auch mit mir lösen könnt das sollten sie auch schaffen sagt Koczynski vielleicht auch ähnlich ich weiß nicht ob Assis Eltern sie angerufen haben mehr Tore bei der WM als Bayern ich weiß nicht was du hast gut ich habe meinen Zettel durch habt ihr noch was weiß auf weiß toll ansonsten haben wir auch ein Saal-Mikro das heißt ihr dürft auch natürlich gerne Fragen stellen ich wollte das natürlich total transparent am Anfang formulieren und habe es vergessen das fällt mir früh ein ich finde es sehr gut dass du den Einwand von vorhin wir haben kurz überlegt ob wir das Ganze ein bisschen abkürzen und dieses Tippspiel im Prinzip weglassen und ich habe gesagt ich würde mal unter Haching Thema weglassen wenn wir halt das hätte ungefähr 32 Sekunden gedauert und ich sage wir lassen das weg wenn wir dieses Tippspiel machen hat er wirklich konsequent durchgezogen 18 Minuten müssen wir darüber philosophieren auf Darmstadt hässlichen Fußball spielen oder nicht aber niemand sagt dass Haching die Ticketpreise gesenkt hat wo wir gerade beim Thema Haching sind unter Haching ihr kennt es alle das ist der aktuelle Verein von wie heißt der Dönerwerfer nochmal oh das ist aber Johnny Mensch unter Haching spielt demnächst gegen Preußen Münster und gegen 1860 München und hat sich gedacht das wäre eine total gute Idee einen Wiesenpreis auszurufen wir haben beide Spiele zusammengepackt und haben gesagt komm dann machen wir einen Wiesenpreis und kostet 18,60 Euro war jetzt nicht so ganz so dass die Fans hier gesagt haben finden wir gut dann müssten wir vielleicht mal dringend Karten kaufen sondern haben gesagt du lieber Präsident der blöderweise auch noch von 94 bis 97 bei 1860 gespielt hat vielleicht überlegst du dir nochmal ganz kurz was und jetzt hat unter Haching tatsächlich im Gegensatz zu anderen Vereinen die auch hier in der Stadt beheimatet sind sich überlegt Preise machen wir ein bisschen günstiger und sind von 18,60 Euro auf 18,50 Euro gegangen vielen Dank wirklich für diese Erleichterung für die Fans die Münchner haben sich auch direkt revanchiert und haben gesagt finden wir total gut und sind dann ins unter Hachinger Stadion eingebrochen und haben den Gästeblock blau weiß gemacht und die kennen das auch aus eigener Erfahrung wie ungelt das ist aber egal siehst du und hat das so lange gedauert wie ganz wilde Kerle da es ist aber selten dass du dich so ran hältst ich denke viel schöner können wir die Sendung auch nicht beschließen ich möchte mich nochmal bei Olli und bei Tainer bedanken für den Tresen bei Timo natürlich für seine Zeit und auch bei euch allen dass ihr das in den Temperaturen hier mit uns ausgehalten habt und ja in diesem Sinne wünsche ich euch uns allen eine schöne Saison gerne drei Punkte am Freitag dann sind wir sechs Punkte vom HSV hat keiner was gegen ich hab was vergessen deswegen muss Johnny jetzt noch was zum Freitag das Choreo sagen wer am Freitag im Stadion ist kann sich sehr gerne bei den Konfettisecken hier auslegen bedienen gerne auch überall und mehrfach werfen und wenn da Leute sind die sagen bitte nimm einen Sack mit und trag den zu dir in die Bezugsgruppe dann könnt ihr das sehr sehr gerne machen es wird ein ganz Stadion Choreo geben wir haben da fleißig gerissen geschreddert gemacht ihr könnt euch da gerne beteiligen wer selber noch Konfetti mitbringen möchte herzlich eingeladen das zu tun dann bis Freitag Applaus 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 When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of our love. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be toast and love. Walk on, walk on, with hope in your heart. Then you'll never walk alone. You and me will walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be toast and love. Walk on, walk on through the rain, though your dreams be toast and love. Walk on, walk on through the rain, though your dreams be toast and love. Walk on, walk alone. Oh no. Dankeschön für ihn da. Feels okay. Dankeschön. Vielen Dank.